Herzlich Willkommen bei euren Dysonauts mit einer Folge zu Rank & File, vielleicht noch ein bisschen Battletech und wir gehen erstmal rüber ins Intro. Wir sind die Dysonauts. La Dame Blanche, die Ballade von Héloïse La Soumère. Jeder Reisende wird bestätigen können, dass die Troubadoure Bretonnias einen unerschöpflichen Fundus alter Sagenjaheigen nennen. Sie kündigen für gewöhnlich von tapferen Helden, die anmutige Damen aus großer Gefahr erretten. Doch in besonders dunklen Nächten kann es geschehen, dass auch eine andere Geschichte vorgetragen wird. Hoch im Norden Bretonnias liegt das alte Herzogtum Languil, an dessen Küsten seit Menschengedenken die Fluten der nahen Chaossee brannten. Das Land ist karg und vom Sturm gezeichnet, seine Bewohner arm und rau. Folgt man der Küstenstraße nach Westen, so kann man bei der Anhöhe Roucher-Rugü die Bucht La Soumère mit der verlassenen Burgruine überblicken. Von den tragischen Ereignissen, die sich dort einst zugetragen haben, will ich wahrheitsgemäß berichten. Dereinst herrschte über La Soumère der alte Graf Henri. Er war ein bescheidener und gerechter Mann, der sich die Nöte des Volkes zu Herzen nahm. Henri stand treu zum König und die Grafschaft La Soumère galt allgemein als arm, aber glücklich. Als der alte Graf nach einem langen und erfüllten Leben in einer kalten Winternacht im Sterben lag, verfügte er, dass seine Tochter, Eloise, ihm nachfolgen solle. Auf den Einwand, dass eine Frau von Gesetzes wegen nicht herrschen dürfte, erwiderte er Barsch, Und so geschah es. Nachdem alle Gefolgsleute im großen Saal auf Eloise einen Eid abgelegt hatten, verstarb der alte Graf friedlich in den Armen seiner Tochter. Auf den Winter folgte der Frühling und so manches Jahr verging. Schon bald erwies sich, dass der alte Graf weise entschieden hatte. Eloise hatte keinen Sinn für den unnützen Prunk und Reichtum, der beklagenswerterweise in den hohen Häusern dieser Welt so weit verbreitet ist. Stattdessen blühte die Grafschaft La Soumère unter ihrer weisen Regentschaft weiter auf. Niemand musste Hunger leiden und auch in den Hütten der einfachen Leute zog etwas Wohlstand ein. Diese glücklichen Fügungen weckten andernorts große Begehrlichkeiten. So appellierte die Gräfin de Soussicom, getrieben von Neid und Habgier an den König. Eloise sei eine störrische Frau, ihre Herrschaft unerhört. Der König möge dem Treiben ein Ende bereiten und die Grafschaft La Soumère unter die Lehensverwaltung des Hauses de Soussicom stellen. Da ihr Sohn Fabien mit dem Herzog de Languil gegen Moussillon reite, würde sie sich selbst der leidigen Sache annehmen. Dem König kam dieser Vorschlag sehr gelegen, da in seiner Schatzkammer gähnende Leere herrschte. Mit dem feisten Versprechen auf Gold waren auch die treuen Dienste des alten Grafen Henri schnell vergessen. So nahm das Unglück seinen Lauf und als Eloise vor das königliche Gericht gerufen wurde, stand das Urteil bereits fest. Eloise, deren zwei gerissene Hofenarren das üble Ränkespiel durchschauten, berief sich am Hofe auf den letzten Willen ihres Vaters und dessen Treue zur Krone. Doch ihre Worte verhalten ungehört in der Weite des Thronsaals. Stattdessen verspottete man Eloise ob ihres schlichten weißen Leihenkleides. Als sich der ehrlose König anschickte Eloise zu entlassen, ergriff sie erneut das Wort und sprach So fügte es sich, dass der königliche Vogt und die Gräfin de Soussicon am Morgen des dreißigsten Tages Einlass in die Burg La Sommère begehrten. Doch die Tore wurden nicht geöffnet. Stattdessen erschien Eloise am Fenster des Hohen Bergfrieds und rief mit klarer Stimme Treu diente mein Vater dem König, doch Undank und Verrat sind sein Lohn. Der vermaledeite Dieb in Courant hat sein Urteil gesprochen, doch es interessierte mich nicht. Je suis la Loire, das Gesetz bin ich. Wenn ihr dieses Land an euch nehmen wollt, so werdet ihr es mir aus den kalten, toten Fingern reißen müssen. Nachdem der königliche Vogt seine Überraschung überwunden hatte, erwiderte er lauthals Du störrisches Frauenzimmer, morgen beim ersten Tageslicht werde ich an der Spitze der Männer des Königs zurückkehren und seinen Willen erfüllen. Bist du dann nicht gefügig, so werde ich Zwang anwenden und die Burg erstürmen lassen. Doch Eloise blieb standhaft und rief Du elendiger Büttel! Dieses Land ist das wahre Bretonier, das Recht wird dem Unrecht nicht weichen. Dann schlug sie die Fensterläden zu und ward nicht mehr gesehen. Dem Vogt und der Gräfin des Soussicons blieb einstweil nichts anderes übrig, als unter dem Gelächter der beiden Narren Jacques und Jules das Feld zu räumen. Doch der Leichtmut verflug schnell. War doch offenkundig, dass La Sommère zu schwach war, um dem Zugriff des Königs zu widerstehen. Gleichwohl standen die einfachen Leute La Sommères treu zu ihrer Eloise. Und sie waren nicht alleine. Als die Nacht einbrach, war jenseits der Mauer Pferdegalopp zu vernehmen. Man glaubte schon, die Männer des Königs seien bereits eingetroffen. Doch die sechs Ritter vor dem Tore waren keine Schergen des Königs, sondern führten ein jeder die bretonische Lilie strahlend im Schilde. Und ihre Waffenfarben sollen nie vergessen sein. Der Anführer sprach, Und so sollte es geschehen. Die Burg La Sommère hielt der Belagerung des Königs für 152 Tage stand. Die erbitterte Verteidigung konnte erst gebrochen werden, nachdem es thalische Söldner die Mauern mit Kanonen sturmreif geschossen hatten. Eloise und ihre Gefolgsleute wurden ausnahmslos niedergemacht. Es gab keine Überlebenden. Und wenn auch das Böse an diesen bitteren Tage zu obsiegen schien, so hatte die Affäre doch ein Nachspiel. Als Herzog de Languil und Graf Fabien de Soussicom von den Ereignissen erfuhren, war ihr Entsetzen grenzenlos. In einem beispiellosen Akt bretonischer Ritterlichkeit entsagte der junge Graf Fabien voller Scham seinem Titel und lag vor aller Augen das Questgelübde ab. Sein Geschlecht sollte später mit ihm zu Grabe getragen werden. Doch das ist eine andere Geschichte. Soweit die vorstehenden Ereignisse in Rede stehen, ritt der zu allem entschlossene Herzog de Languil an der Spitze seines stehenden Heeres nach Courant, um den König zur Rechenschaft zu ziehen. Der drohende Bürgerkrieg konnte nur noch dadurch abgewendet werden, dass man zur allgemeinen Überraschung den leblosen Körper des Königs im Thronsaal auffand. Seine Diener berichteten, eine Nachtigall habe neben dem Leichnam auf dem Boden gesessen und fröhlich getrellert. Was aus der Gräfin de Soussicom wurde, ist nicht genau bekannt. In der Chronik der de Languil heißt es, der Herzog habe das habgierige Weib in der Ruine La Surmères lebendig einmauern lassen. Was jedoch die Grafschaft La Surmère selbst betrifft, so wurde das Land vom Herzog im stummen Gedenken an den alten Grafen Henri und seine Tochter Eloise freigegeben. Auf das dort niemals wieder ein anderer als die Weiße Dame herrsche. Moin Hauke, sag mal, was war das denn für eine geniale Geschichte? Hallo Piwi, hallo Phil. Das ist die Hintergrundgeschichte zu meiner Rank-and-File-22-AB. Das war ja von vornherein gesetzt, dass wir nicht nur wieder den Pile of Shame arbeiten und einfach mal Sachen rausholen, die wir lange Zeit nicht mehr angeguckt haben, sondern mal fertig machen. Und dabei natürlich auch dann, wie es sich für Warmer Fantasy Battle gehört, eine vernünftige Hintergrundgeschichte schreiben, um der Armee dann irgendwie auch ein bisschen was Fassbares und Charakter zu geben. Ich finde, gerade bei Warhammer Fantasy gehört das irgendwie auch mit dazu. Obwohl ich das für meine Leute hier noch nicht gemacht habe, für die Untoten. Aber da setze ich mich mit Sicherheit auch noch mal dran. Aber deine Geschichte, die ist ja echt schon Knaller. Allein schon mit den Namen. Die finde ich ja genial einfach. Und ohne das jetzt genau direkt erklären zu wollen, aber wenn man sich später meine Armee-Liste anguckt, dann wird man natürlich auch genau das alles wiederfinden. Und soll ich einfach mal ein bisschen loslegen mit der Armee-Liste? Ja, wollte ich gerade sagen. Wir dürfen natürlich nicht Phil vergessen, der die Geschichte eingesprochen hat, der jetzt natürlich auch hier ist. Hi, Phil. Ja, nabend. Grüßt euch. Eben kurz bevor wir weitergehen. Sag mal, wie ist denn das für dich gewesen, wenn du so die Geschichte eingesprochen hast? Ist das plötzlich für dich greifbar? Ja, also ich versuche mich da schon so ein bisschen an einer Art Method-Acting, um mich da so in die Geschichte rein zu versetzen. Und deswegen habe ich da auch so ein bisschen entsprechende Hintergrundbeschallung noch dazu gebastelt, die dann auch so ein bisschen die Atmosphäre verstärken soll. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mich diese gesamte Idee von Hauke ja auch sehr inspiriert hat, zu meiner eigenen Armee zu kommen. Und von daher ist mir das eigentlich, hat sich das eigentlich ganz natürlich angefühlt. Ihr müsst da draußen natürlich wissen, dass Phil an der Juliart studiert hat, Ausdruckstanz und Namentanzen und so weiter. Aber genug von Waldorfschülern. Wir gehen jetzt einfach mal zurück zu Hauke. Okay, herzlichen Dank. Also Phil auch noch mal herzlichen Dank für das Einsprechen. Du bist ja unser stationseigener Märchenonkel. Wir haben dich ja auch schon an andere Gruppierungen ausgeliehen. Aber okay, ab zu Rack'n'Five. Also, der wesentliche Hintergrund war ja, dass ich todtraurig war, dass die alte Welt gestorben ist. Und ich habe die Warhammer Fantasy Battle auch wirklich nur noch mit dem Po angeguckt. Weil es mir jedes Mal wirklich schwer ums Herz wurde, wenn ich mir die Figuren angeguckt habe und dachte so, oh Mann ey, das ist alles vorbei. Aber irgendwann kam dann so nach mehreren Jahren der Trauer, das ist ja irgendwie auch eigentlich auch kein Witz. Das ging mir so und es ging wahrscheinlich auch einer Menge anderen Leuten so, kam dann irgendwann der Punkt, wo ich sagte, das nützt nichts. Du musst da wieder ran, du musst das irgendwie bearbeiten. Und um mal eins vorwegzunehmen. Das Ganze hat mich so motiviert und wieder so an Fantasy Battle herangebracht, dass es mir, ich will nicht sagen, egal ist, aber ich kann damit leben, dass die alte Welt untergegangen ist. Und wenn man mal eine Parallelüberlegung macht, bei Star Wars Legion fängt ja auch keiner an zu weinen, den Imperator oder Darth Vader zu spielen, im sicheren Wissen darum, dass sie trotzdem auf den zweiten Todesstern gestorben sind. Das ist halt so. Aber ich konnte mich damit arrangieren und ich habe ja gerade letztes Wochenende, ein ganzes Wochenende freigenommen, um mich einfach nur mal wieder mit Fantasy Battle auseinanderzusetzen. Und ich habe dabei einfach komplett vergessen, dass die alte Welt untergegangen ist. Ich habe stattdessen darüber nachgedacht, wie ich einen Tisch baue. Ich habe über die nächste Armee nachgedacht. Total motiviert, habe da wieder richtig Spaß dran gefunden. Okay, das wohl weggeschickt. Die Armee selbst. Plan war halt, Sachen aus dem Pile of Shame rauszuholen, uralte und toten Delle. Also uralte sind die jetzt auch nicht. Die sind so 2012 oder so, ich habe die gekauft und die sind dann ordnungsgemäß vom Laden in den Schrank gewandert und haben dort dann mehrere Jahre einfach gelegen. Wie man das so kennt halt. Wie sich das gehört. Ja. Nun habe ich das ganze Zeug mal rausgeholt und hatte durch einen Zufall noch die elektronische Version des Vampirfürstenkodex der sechsten Edition und hatte eine Armeeliste geschrieben und dazu eine Hintergrundgeschichte. Der Konix der sechsten Edition hat halt den unglaublichen Vorteil, dass er am Ende halt Appendix-Armeelisten für Team Armee bereitstellt und ich habe eine Nekromanten-Armeeliste genommen. Und Eloise ist halt eine bretonische, regeltechnisch-Nekromantin, hintergrundtechnisch ein rechendes Gespenst. Ist ja demnach empfunden der, ich will nicht sagen Ballade oder der mittelalterlichen Gestalt der weißen Frau. Und die brauchte halt da jetzt Unterstützung. Und die hat dann halt ihre beiden Gefolgsleute, ihre Hofnarren Jacques und Jules, kreuzten halt auch auf, ebenfalls als Nekromanten. Oh, ich finde diesen Namen, finde ich, so geil. Jacques und Jules, ehrlich, ey. Da ich keine vernünftigen Untotenfiguren dafür gefunden habe, also auch keine richtigen Vogelscheuchen, habe ich ja dann letztendlich Kürbisgestalten genommen, wie man sie zu Halloween halt kennt. Und bei den Fotos, die man sich auf dem Discord angucken kann, wird man das dann ja auch sehen, um den ganzen auch so ein bisschen Comic-Style halt zu geben. Und dazu kommt halt noch die böse Alte, die das Ganze angestiftet hat, die ist dann sozusagen als Banshee unterwegs, als böse alte Frau, die aus ihrer Schuld nicht mehr entlassen wird. Und ebenso die Questritter, die ich tatsächlich ganz anders angemalt habe als in Restarmee. Der Restarmee ist halt sehr gedeckt, braun und grautöne. Und die Questritter, die untoten katholischen Questritter, sind halt in ihren Waffenfarben. Ganz wie es in der Geschichte heißt, eure Waffenfarben sollen nie vergehen. Und deshalb sind die halt knallig angemalt. Die Leichen sind halt verwest, skelettiert, aber die Farben der Schilde und so sind halt wie am ersten Tag. Und so soll es halt auch sein, damit sie halt dann ihren Quest-Eit noch befüllen können. Und das findet sich halt alles in der Armee wieder. Und 1500 Punkte? Soll ich dir mal kurz im Einzelnen rekapitulieren, wie die Armee aufgebaut ist? Ich wollte gerade sagen, das wäre, glaube ich, jetzt mal spannend, wenn du jetzt einfach mal erzählst, wo wir so einen typischen Armeeorganisationsplan im Prinzip vor uns mal gedanklich aufmachen. Und du uns einfach mal mitnimmst, quasi über die einzelnen Kerneinheiten und so weiter und so fort. Also von oben bis unten runter. Das wäre, glaube ich, ganz passend. Ja, und vielleicht auch, wenn du dir irgendwie bei der Ausrüstung was gedacht hast oder irgendwelche besonderen Fähigkeiten mit Absicht noch mitgenommen hast. Vielleicht auch so ein bisschen Hintergrund dazu, warum. Oh ja, das wäre cool. Perfekt. Wenn es das denn gibt. Das mache ich gern. Voraussetzung für eine Vampirfürstenarmee der sechsten Edition ist halt bei einem Punkt, der Wert von weniger als 2000, das sind wir hier bei 1500 Punkten, dass man maximal drei Charaktermodelle nehmen darf. Allerdings kein Lord. Also nur drei Helden. Die drei Helden sind logischerweise Eloise und die beiden Jack und Jul. Und die zweite Vorgabe ist halt bei einem Punkt, der Wert von weniger als 2000, dass man mindestens zwei Kerneinheiten aufstellen muss, bis zu drei Spezialeinheiten einsetzen kann und eine seltene Einheit. Das setzt sich dann bei mir wie folgt zusammen. Die erste Heldin ist halt Eloise, das für mehr. Die kostet auf Level 2 als Zauberer der Stufe 2 erhöht genau 100 Punkte. Jack und Jul sind jeweils Zauberer der Stufe 1. Die kosten jeweils 65 Punkte. Kerneinheiten im Hinterkopf, wir brauchen zwei, ich habe allerdings drei, da man eigentlich nie genug Kerneinheiten haben kann. Das erste sind 24 Skelette mit Speeren und einer vollen Kommandoeinheit. Die kosten regulär 231 Punkte. Allerdings durch die Sonderregel der Nekromanten-Armee-Liste, also ich habe ja diese Nekromanten-Armee-Liste, in der keine Vampire sind, werden die Skelette billiger und kosten dann nur noch 207 Punkte, die Einheit. Das ist sozusagen auch mein Fokus. Ich habe halt den Dampfhammer der Untoten, die Vampire habe ich nicht. Ich habe keine super starken Kämpfer. Das heißt, ich erdrücke die Leute einfach mit Masse. So als Fleischwolf, würde ich es mal so sagen. So als Fleischwolf. Grind-Machine. Grinding, ganz genau. Die zweite Kerneinheit wird nochmal 24 Skelette. Ohne irgendwas. Also die haben Handwaffen und Schilde. Schilde kommen von Haus aus mit. Eine volle Kommandoeinheit. Das sind dann 193 Punkte. Im Vergleich, normalerweise würden sie 217 kosten. Und man sieht, dass sich das langsam echt wirklich addiert an den Punkten, die man einspart. Dritte Einheit. 20 Skelette mit Speeren und Kommandoeinheit sind dann statt 205 185 Punkte. Seltene Einheit. Darf ich eine nehmen. Das ist die Banshee. Die kostet statt der typischen 90 Punkte nur 75. Und Spezialeinheiten bis zu drei. Habe ich auch drei genommen. 20 Grabwachen mit Schilden. 250 Punkte. Anstelle von sonst 290. Und sechs Black Knights mit Schabracken. Die sind nun alles andere als Black. Das sind ja nun mal die Questritter sozusagen. Und Kommandoeinheit 172 Punkte statt 160. Das ist insgesamt als Zwischenergebnis. 1.363 Punkte anstelle der, wenn man eine normale Armeeliste nehmen würde, 1.513. Also 150 Punkte circa eingespart. Also nicht nur circa, sondern exakt. Damit verbleiben mir 137 Punkte. Und die setze ich dann für magische Gegenstände ein. Das ist meiner Erfahrung nach auch ein vernünftiger Wert, dass man circa 10% der Armee oder der Punkteanzahl, die man für die Armee hat, in magische Gegenstände einsetzen sollte. Ist das so? Also ich habe, damit habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber es ist gut, dass du das sagst. Dann probiere ich das nämlich mal mit 10%. Also es geht schon um die sechste Edition Warhammer Fantasy Battle, ne? Genau. Also rein theoretisch, wenn man einen vernünftigen Plan hat, braucht man eigentlich auch gar keine. Man kann auch mehr einsetzen natürlich, ne? Aber so als, ich denke als Daumenregel sind 10% ziemlich gut. Und gekauft habe ich für die Ritter das Kriegsbandard. Das gibt denen sozusagen einen Rangbonus mehr. Das wird dann aufs Kampfergebnis gerechnet und macht die einfach stärker im Angriff. Und das ist für 25 Punkte, das ist echt ein No-Brainer. Dann Eloise als weißes Gespenst bekommt, und das habe ich schon bei einer früheren Folge mal gesagt, das ist völlig sinnlos, dieser Gegenstand, den Mantel des Dunstes und der Schatten. Das macht sie tatsächlich auch regeltechnisch vom nekromantischen Menschen zum ätherischen Gespenst. Das bedeutet, dass sie nur mit magischen Waffen verletzt werden kann. Aber da die sowieso nicht kämpfen soll, sind das eigentlich verlorene Punkte. Aber um die Geschichte zu fördern, um den Hintergrundgedanken gerecht zu werden, dass es halt kein Mensch, sondern ein Gespenst ist, fand ich das einfach sachgerecht. Es ist nicht nur sachgerecht, Hauke, das ist mega geil. Auf jeden Fall. Und vor allem gegen eine Taktik, die jetzt, sage ich mal, darauf abzielt, deine Helden möglichst früh rauszunehmen aus dem Spiel, würde dir das ja im Zweifelsfall sogar vielleicht helfen. Also zumindest gegen Beschuss würde es mir helfen. Falls Eloise im Nahkampf angegriffen werden würde von einer Einheit, die auch nur ansatzweise durchschlagkräftig ist, wäre es vielleicht so, dass sie tatsächlich nicht verletzt wird, aber durch das Kampfergebnis einfach plattgeritten wird. Dass sie einfach plattgemacht wird. Ach so. Aber wie gesagt, die hat auch absolut nichts im Nahkampf zu suchen. Also das ist die letzte Einheit, die kämpfen soll. Weil mit ihr hängt und steht die ganze Armee. Wenn sie tot ist, fällt die Armee einfach zu Knochenhaufen auseinander. Darum muss sie überleben halt. Und da besteht sie halt auch hinter allen anderen halt. Und um diesen Ansatz, dass die untote Armee gerade von der Magie lebt, bekommen halt die beiden, Jack und Jules, bekommen halt auch nochmal magische Ausrüstung und einmal den Stab der Verdammtes und das Buch des Arkan. Das sind gebundene Zaubersprüche, die dazu führen, dass Einheiten effizienter sich bewegen oder effizienter kämpfen. Und das ist halt mit diesem Gedanken des Grinders halt. Das zu unterstützen und um auch klar die Armeephase, die Magiephase zu beherrschen. Und dann komme ich auf 1498 Punkte, erfülle alle Voraussetzungen und denke eigentlich, dass ich eine sehr, sehr stilvolle und gehaltvolle, hintergrundmäßige Armee gebaut habe, mit der ich einfach glücklich bin. Ich finde, das ist voll die Punktlandung. 1498 Punkte. Also ich sag mal, ich glaube nicht, dass es da, natürlich würde es Sachen geben, die du verbessern könntest, aber ich glaube, das wird es ja auch gar nicht, weil es ist ja quasi eine geschichtliche Themenarmee. Also von daher, Punktlandung, Hauke. Alles cool. Das Buch des Arkan ist das von Arkan dem Schwarzen, der eigentlich auch ein, der ist ja eigentlich auch ein, na, wie heißen sie denn jetzt? Der ist zwar auch ein Untoter, aber der gehört ja eher zur Kemri-Ecke quasi. Aber das sind ja letztendlich alle Untoten. Also diese Untotenerscheinung kommt ja letztendlich aus Kemri. Die hat sich ja ins Imperium ausgebreitet. Ach so. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Genau. Weil irgendwie war das, glaube ich, so, Hauke, korrigiere mich, aber ich meine, dass die, ich nenne es jetzt einfach Kemrinianer, sind da, glaube ich, mal irgendwie mit im Imperium rübergegangen, glaube ich. Also die haben sich wirklich ausgebreitet und haben das dann da quasi, ich sag mal jetzt mal, fallen lassen. Ja, okay. Das heißt, selbst sowas wie die von, selbst wieder sowas wie die von Karsteins und so weiter, die sind alle quasi untot durch, durch Einfluss der, der, des, von Kemri. Also letztendlich geht, wenn wir jetzt mal das Untoten oder den Vampirismus jetzt mal leihenhaft als, als Virus betrachten würden, ist Ursprung dieses Virus auf jeden Fall Nagasch. Genau. Und das kommt letztendlich irgendwie aufs Kemri dahin. Aber wie es im Einzelne war, habe ich mittlerweile tatsächlich vergessen. Genau. Ja, okay. Aber das ist, das zeigt ja auch wieder nur, wie spannend und tiefgründig dieses Universum eigentlich ist, wo immer Fantasy, ne? Ja. Ja, vor allen Dingen, weil die sich doch irgendwie, ich weiß gar nicht, mit wem Nagasch da irgendwie im Clinch war, die haben sich doch irgendwie drüber gestritten, wer jetzt irgendwie die Seelen da irgendwie bekommen darf. Wie das halt bei Warhammer immer ist, ne? Ja, ja, genau. Deine Seelen gehören mir. Ich glaube, das leidige Thema der Seelen. Ja, das haben sie ja selbst, das haben sie ja selbst zu Age of Sigmar mitgenommen, das Thema. Ja, wie willst du den anderen Kram dann auch sonst rechtfertigen, ne? Also von daher, anders geht's ja nicht, ne? Aber ich meine, das war irgendwie so. Ich meine, das habe ich jetzt wirklich noch gelesen gehabt in meinem Kodex oder Armeebuch für meine Kemri, dass das da irgendwie drin stand, dass die sich dann irgendwie auch da um die Seelen gekloppt haben und dass diese Ausbreitung dann durch Kemri dann quasi sich auch aufs Imperium ausgedehnt hatte. Das fand ich schon ganz geil. Das würde ja passen. Hauke, was können die denn zaubern so alles? Deine Kürbisjockels zum Beispiel? Ja, also die Zaubersprüche habe ich jetzt auch nicht hundertprozentig im Kopf. Ich fasse das mal kurz zusammen. Es gibt im Prinzip drei Arten von Zaubersprüchen. Das eine sind Zaubersprüche, die beim Gegner Schaden anrichten. Dann gibt es Zaubersprüche, die dazu führen, dass Einheiten um weitere Skelette verstärkt werden, also dass sozusagen Gefallene wieder aufstehen. Und es gibt Zaubersprüche, mit denen Einheiten sich zum Beispiel nochmal bewegen können. Oder auf 3 plus treffen. Und da diese untoten Figuren, die Skelette, also die kompletten Zeros sind, die können nix. Also wirklich nix. Muss man die halt mit Magie halt buffen und dann geht das. Oder sie gewinnen halt durch einen Kampfwert, aber nicht durch die direkten Wunden, die sie anrichten halt. Und dann sollte das mal. Weil ich finde, so wie du das jetzt erklärt hast, ist die Armee ja eigentlich ein riesiger Schildwall. Also ich gehe jetzt immer davon aus, dass du deine Armee dann auch so aufstellen willst, quasi so eine Art verweigerte Flanke oder irgendwie sowas. Und dann hast du deine Ritter, die dann schön irgendwie übers Spielfeld laufen, sich dann das eine oder andere rauspicken, versuchen irgendwo im Nahkampf gleich in der ersten Runde Platz zu machen, um dann weiter durchzulaufen. Und der Rest brandet so an diese ganzen Schilde und Speere dann quasi dran. Im Wesentlichen ja. Der Grundgedanke, das muss man sich immer wieder überlegen, der Grundgedanke bei einem Gefecht ist, dass man irgendwie den Kontakt zum Gegner herstellen muss. Also das gilt jetzt nicht nur für Fantasy Battle, das gilt eigentlich für jede Art von Wargame. Dass man Kontakt zum Gegner herstellt, dann den Gegner sozusagen bindet, ihn dort hat, wo man ihn haben will. und dass man dann an diesem Platz, wo der Gegner jetzt ist, den Schlag ansetzt. Und diesen Schlag kann man nur dann führen, wenn man Reserveeinheiten hat. Also die gesamte Handlungsfähigkeit einer Armee ist letztendlich, steht und fällt mit der Anzahl von Reserveeinheiten, die man noch zur Verfügung hat, nachdem man den Kontakt zum Gegner hergestellt hat. Und darum ist es aus meiner Sicht wichtig, und ich würde exakt eine verweigerte Flanke spielen, mit den Kerneinheiten, mit zwei oder drei Kerneinheiten, diesen Kontakt zum Gegner zu stellen, den Gegner zu binden, und dann im Prinzip alles andere dorthin zu bewegen, wo ich es dann haben möchte. Die Carrion Birds oder Fell Birds, die es regeltechnisch sind, die habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt, das ist zum Beispiel eine Einheit von drei Fliegern, die könnten theoretisch eine Kriegsmaschine angreifen. Das kriegen die gerade noch hin. Ob die das gewinnen, ist eine andere Frage. Aber es wäre zum Beispiel viel besser, die einzusetzen, indem man sie hinter dem Gegner landet. Die brauchen gar nicht kämpfen, aber dadurch, dass sie hinter dem Gegner stehen, kann der Gegner schon gar nicht mehr marschieren und wird langsamer. Und das sind natürlich dann extreme taktische Vorteile. Und wenn man dann mehrere dieser Vorteile zusammenführt, dann gewinnt man meistens auch das Gefecht. Ich stelle mir das gerade vor, da kommt dann irgendwie, ich sage jetzt mal eine ganz normale Einheit mit Einhandwaffe und Schild um die Ecke. und greif dich in diese Flanke an, wo deine Sperrträger da stehen. Das heißt, du kannst ja nicht nur aus dem ersten Glied zuschlagen, du kannst ja aus dem zweiten Glied zuschlagen. Jetzt korrigiere mich, aus dem dritten auch noch. In der sechsten Edition ist es tatsächlich so, dass Leute, die mit Sperren bewaffnet sind, jetzt mal Sonderfälle aus und vor, nur aus zwei Rängen kämpfen können. Also nur ist gut. Ich glaube, in der Verteidigung aus zwei Rängen kämpfen dürfen. Ich glaube auch nicht im Angriff. Ich glaube nur in der Verteidigung. Aber es ist 20 Jahre her. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Theoretisch, wenn du die gegnerische Infanterie dann im Nahkampf gebunden hast, könntest du ja sogar dann auch auf so eine Taktik wie Hammer und Amboss zurückgreifen, dass du dann zum Beispiel mit deiner Reiterei von hinten in die gegnerische Infanterie reinstürmst und die dann im wahrsten Sinne des Wortes zerschellen lässt. Genau, das ist im Prinzip auch der Plan. Die Untoten sind insoweit dankbar, dass sie nicht weglaufen. Die sind halt immun gegen Psychologie. Das heißt, wenn die angegriffen werden, Klammern, und sich damit Sperren verteidigen können, was dann die doppelte Anzahl von Modellen ist, die kämpfen kann überhaupt, werden die den Kampf verlieren. Aber die laufen nicht weg. Selbst wenn sie den Kampf verlieren, die kriegen nur weitere Verluste. Das heißt, die Einheit schmilzt rapide zusammen, aber sie bleibt stehen. Und dann hat man halt die Magiephase, um neue Skelette zu beschwören, die Einheit wieder aufzufüllen. Und dann ist der Angriff des Gegners gefangen, die Einheit des Gegners gebunden. Und jetzt habe ich die Reserveeinheiten, um den Gegenschlag zu führen. Das ist so im Groben der Plan halt dabei. Natürlich gibt es dagegen auch andere Taktiken, die da genau darauf zugeschnitten sind, dass das halt zu umgehen oder dass man sich eben nicht in diese Schlachtreihe begibt und dann genau das passiert will, was du sagst, dass man da quasi am Amboss hängt, um das zu umgehen. Aber du kannst dich ja nicht alles vorbereiten. Das ist halt so ein Konzept und dann gucke ich mal weiter. Ein bisschen die Gefahr sehe ich jetzt ja nur, dass du relativ schlechtes Gelände dann im Prinzip hast, weißt du, wo du dann deine offene Flanke wirklich offen hast. Und wenn du dann mit schnellen Einheiten konfrontiert wirst, dann hast du die natürlich super schnell hinten in deinem Rücken drin. Das ist in der Tat so. Darum muss ich auch, weil ich den Rücken nicht wirklich decken kann, in Klammern, dort stehen ja auch dann die Nekromaten, Eloise vor allem, muss ich eine verweigerte Flanke spielen und die andere Schlachtreihe sozusagen etwas schräg versetzt nach hinten, nach Möglichkeit an einem Geländestück angelehnt. Wie der Tisch aussieht, weiß ich nicht. Aber wenn man vom schlimmsten Fall ausgeht, sagen wir mal, es ist gar kein Gelände da und es wäre eine offene Feldschlacht, dann würde ich anstreben, meine Armee dreckdiagonal von einer langen zu einer kurzen Seite aufzubauen. Das kannst du natürlich machen. Wenn du natürlich das Gelände noch hast mit irgendwelchen Wäldern und irgendwelchen Häusern oder irgendwelchen Felsformationen oder irgendwie sowas, dann kannst du es natürlich vielleicht noch ein bisschen anders stellen. Ich sage mal, jeder Zoll, den dein Gegner als Umweg nehmen muss jetzt in dem Moment, der kommt dir ja gerade auf jeden Fall zugute, so dass du dich ja eventuell, sage ich jetzt mal, mit Eloise und den beiden Kürbis jockelst, dann vielleicht auch in eine andere Position begeben kannst. Aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist von wegen, wo willst du denn dann noch hin, so nach dem Motto? Du musst ja vielleicht irgendwo eine Lücke lassen, damit die dann irgendwie dann durchhuschen können. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich muss einfach mal gucken. Aber spannend. Spannende Armee, ey, das finde ich richtig, richtig geil. Und wenn ich nochmal eins nachschieben darf, das ist die erste Armee meines Lebens, die ich am Stück bemalt habe. Das sind kurz 88 Skelette, drei Charaktermodelle, sechs Reiter, drei Flieger. Ach Quatsch, jetzt echt? Ja, und die habe ich, ich muss mal direkt mal kurz hier auf meine Mahlliste gucken, wie das abgelaufen ist. Also im Juli, im Juli, nee, im Juni haben Sali und ich die Idee des Wreck-and-File 22 erdacht. Im Juli habe ich angefangen und da habe ich original nichts geschafft. Im Juli, im ersten Monat, habe ich tatsächlich ein Teil aus Resin abgegossen. Ja, im August, das war die Zeit des Umzugs, im August habe ich zweimal am Podcast der Dyson-Louds teilgenommen, sonst habe ich auch nichts gemacht. Und im September habe ich dann 44 Skelette bemalt. Danach war ja eigentlich Wreck-and-File zu Ende. Da hatte ich mich und Sali noch drauf geeinigt, dass ich im Oktober noch weitermache. Und im Oktober habe ich dann auch noch einiges geschafft. Die Flieger, die Ritter, zwitzige Skelette, aber ich war immer noch nicht fertig. So, das ging dann halt noch bis zum November durch und wir hatten ja für heute die Aufnahme, Wreck-and-File-Abschlussbesprechung. Ich habe bis bis 19.10 Uhr, glaube ich, habe ich, also 30 Minuten vor Beginn der Aufnahme, habe ich noch an den Grabwachen gesessen, aber jetzt ist die Armee fertig. Es ist komplett fertig. Ehrlich gesagt, kann ich sie auch nicht mehr sehen im Moment, aber ich bin total glücklich. Alles für den Dackel, alles für den Club, du weißt doch, wie das funktioniert. Genau. Und ich bin, ich bin, ich bin, ich bin so auf, so auf Fantasy-Battle wieder hängen geblieben, dass ich, dass ich mir jetzt einfach vornehme, mein eigenes Leuchtturmprojekt zu sein und der, der Tabletop-Podcaster zu sein, der stumpf einfach die ganze Zeit weiter Fantasy-Battle macht. Denn du hörst es bei jedem, ne? Eine Stammtischaufnahme von, von, von Daniel, Markus und Thorsten, hier gerade vorgestern oder gestern gehört. Mhm. Was sagt Markus? Ja, meine Hochelfen bei mir ist weg, die habe ich verkauft, verdammte Scheiße, Fantasy-Battle und das hörst du im Prinzip von jedem alten Veteran, ne? Dass sie alle sagen, ja, damals geil und irgendwie doch nicht mehr und bla. Und darum muss das gemacht werden. Und das hat sich ja auch gezeigt bei den Hörern, die alle mitgemacht haben. Ich bin ja bei weitem nicht der Einzige, der Fantasy-Battle hochgezogen hat. Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, wollte ich gerade sagen. Okay, über meine Rankin-File-Armee haben wir ja schon in der letzten Folge da mal berichtet drüber. Aber ich würde mal sagen, lasst uns doch mal auf unserem Discord gucken, was die Leute da so fabriziert haben, weil da sind richtig geile Sachen bei rausgekommen. Richtig geile Sachen. Und wenn ihr wissen wollt, was da für Sachen rausgekommen sind, dann würde ich sagen, besucht uns doch mal auf dem Discord und geht doch einfach mal in den Text-Channel rnf22 und guckt euch doch einfach mal an, was die Leute dort alles fertig gemacht haben und in der Zeit vor allen Dingen fertig gemacht haben. Da fallen euch echt, muss ich ganz ehrlich weise sagen, die Augen aus bei einigen Sachen. Phil, wollen wir mal anfangen? 1.10. Ja, seit wir das letzte Mal über das Thema Rankin-File gesprochen hatten, wo wir dann bei unserem lieben Alex, dem Nerdic Painter, stehen geblieben waren, hat sich der Tekasch mit einer unglaublich coolen Ork-Armee gemeldet, die er quasi zum 1.10. pünktlich fertig gemalt hatte. Da hatte er noch seine Bases zu Ende gestaltet und bemalt. Er hat sich gegen Goblin Green entschieden, was ja dann so dieser ganz klassische Ansatz ist. Dann hat sich auch tatsächlich noch mal am selben Tag Sali zu Wort gemeldet mit einem ganzen Backblech. Außer Kantine geklaut. Außer Kantine geklaut. Ja. Aber was ich Hauke herlassen muss, sind ja Haukes Bases. Also die finde ich wirklich sehr gelungen. Hauke, erzähl mal eben so ein bisschen, wie du diese Bases gemacht hast. Gerade die von diesen Flugvögeln da irgendwie. Ehrlich gesagt sind die aus der Not geboren. Also das sind 40mm Bases. Ich habe dann Vallejo Strukturpaste genommen. Das ist Earth Texture Brown Earth habe das Zeug da rauf geschmiert und dann eine aus dem Modell Eisenbahnhandel besorgte Grasstreumischung für Tannenwald da drauf geschüttet. Also logischerweise verdünnten mit Seife und Wasser verdünnten Holzleim rauf zack auf die Strukturpaste von Vallejo damit das Zeug da irgendwie auch vernünftig dran kleben kann. Weil wenn das so ein bisschen abbröselt und dann drunter das Blanke Blaze ist, sieht das auch nicht wirklich aus. Das Zeug da einfach festgeklebt und dann so eine Grasbüschel und die sind eigentlich sind die scheiße, aber ich hatte die irgendwie noch und habe die dann weiterverarbeitet. Das sind von noch 6mm Herbst Gras... Ich weiß nicht, wie heißen die? Tüfts? Tofts? Tüfts. Tüfte. Tüfts, ne? Genau. Köfte heißen die auch, direkt beim Döner. Köfte, genau. Sind das diese Grasbüschel, die noch diesen Kunststoff-Halbkreis unten drunter haben? Genau, genau. Ja, die sind echt nicht so cool. Ne, die lassen sich zwar gut verarbeiten, aber diesen Kunststoff-Halbkreis sieht man tatsächlich eigentlich auch nicht. Aber was ungeil ist, ist halt, dass das Zeug also irgendwie schief und krumm ist und naja, gut, aber in diesem Fall ging es und ich habe dann die einfach raufgeklebt, musste mir tatsächlich noch eine zweite Packung davon kaufen für die anderen Infantrie-Modelle, um das einheitlich zu machen, aber die nehme ich nie wieder. Ich sage, das Projekt ist jetzt ja quasi fertig, aber was ich dir lassen muss ist, deine Basis sehen aus, als wenn du quasi einen Spaziergang durch einen Fichtenwald machst. Das ist der Knaller. Ja, also im Gegensatz zu den Grasbüschel ist diese Streubüschung, die ist super geil. Also die finde ich wirklich richtig cool, aber sie bröselt natürlich leider runter halt irgendwann. Ja, da gibt es zum Beispiel etwas von, Moment, ich hole das mal eben, das ist von Scalecolor ist das und das nennt sich Terrain Fixer. Das ist eine wässrige Lösung, ist das, das kannst du dir mit einer Pipette, kannst du dir das aufnehmen und kannst das tropfenweise quasi auf dieses Basis dann drauf machen und das fixiert dann komplett. Also auch wenn du so Steinchen hast oder irgendwie sowas, das klebt nachher komplett miteinander fest, das ist der Hammer. Geiles Zeug, kann ich euch wirklich empfehlen. Da hab ich auch was, ich war auch im Eisenbahnladen bei mir um die Ecke hier, wir haben hier einen ziemlich großen, Train and Play heißt der und da gibt es und da gibt es von Woodland Scenics auch den Terrain Fixer. Da kriegst du quasi einfach so, das ist wie so eine Sprühflasche, wie man das vielleicht auch so von von Putzmitteln kennt und dann halt auch so eine verdünnte Mischung aus, ich glaube, das wird irgendwie so Holzleim sein oder so, aber halt auch schon direkt mit so einem Mittelchen drin, das die Oberflächenspannung nimmt, sag ich mal und damit kann man auch unglaublich gut so Streu befestigen. Einziger Nachteil ist natürlich, dass du dadurch, dass du das halt so sprühst mit dieser Flasche, ist das halt eine Riesensauerei. Genau, deswegen halt mit einer Pipette zum Beispiel. Das, was du gerade beschreibst, Phil, das ist auch ganz normaler Tiefengrund, wie man ihn im Baumarkt quasi kaufen kann. Also Hock, wenn du noch welchen haben willst, ich habe noch 10 Liter Tiefengrund von meiner Hausrenovierungsaktion, habe ich hier noch, ich könnte glaube ich die komplette Dice & Nords Station hier mit Tiefengrund versorgen für Miniatur. Darf ich mal ganz blöd fragen, ich, 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 ich grübel schon seit meiner Geburt, was eigentlich Tiefengrund ist. Tiefengrund ist quasi eine, eine milchige Flüssigkeit, die dafür Sorge trägt, dass quasi ein, ein saugender Untergrund verfestigt wird, dass lose Steinchen im Prinzip miteinander gebunden werden an dieses Medium und dass dann nachher, sag ich jetzt mal, die Oberfläche der Wand zum Beispiel nicht mehr kreidet und auch quasi eine Sperre bildet, also zwischen dem Untergrund und dann nachher der Farbe, dass dann deine Farbe im Prinzip besser auf dieser Oberfläche haften bleibt und dass sie nicht gleich dann von der Wand zum Beispiel dann aufgesaugt wird. Alles klar, das habe ich verstanden. Macht dir denn aus meiner Sicht total Sinn, Filz, teuflisches Sprühzeug zum Beispiel auf MDF-Gelände draufzusprühen? Dafür kannst du es wunderbar nehmen. Alles klar, cool, kauf ich mir beides. Dann würde ich aber tatsächlich eher Tiefengrund aus dem Baumarkt nehmen, weil da kommst du deutlich günstiger bei weg und funktioniert super. Deswegen nehme ich zum Beispiel Tiefengrund von mir hier und mache da meine Bases im Prinzip mit Fertighauke. Das funktioniert genauso gut und ist wahrscheinlich genau dasselbe. Kostet natürlich halt nur, weil es in 150ml Fläschchen abgefüllt ist, irgendwie gleich 33 Euro mehr oder so. Ja, und du kriegst Tiefengrund auch in 1 Liter Flaschen, also du musst nicht unbedingt die 10 Liter Kohle nehmen. Genau. Okay. Ja, das wollte ich nochmal sagen. Ist doch geil, guck mal, wie wir abgeschwiffen sind von Haukes Viechern hier plötzlich zu den Bases. Aber das muss ich nochmal eben ansprechen, weil das war mir echt ein Herzensanliegen. Und wieder was gelernt. Und wieder was gelernt. Katsching! Okay, so, Sali hatte Sachen zusammengebaut dann. Ja, zumindest hatte Sali immer Sachen zusammengebaut, ne? Also, ich sehe hier auf dem Bild sehe ich Armbrustschützen. Sogar relativ viele Armbrustschützen, also 1, 2, 3, 4 Regimenter, dann ein Regiment auch komplett mit Kommandoabteilung, mit Schilden und Einhandwaffen. Und dahinter ist das auch nochmal mit, aber es sind, nee, es ist genau dasselbe Regiment hätte ich jetzt fast. Nee, es sind mehr, ne? 2, 4, 2, 4, nee, es ist das gleiche. Also zwei Regimenter mit Einhandwaffe und Schild. Ich weiß gar nicht, was sind das für Minis, Hauke? Hast du da mal geguckt? Was sind das für welche? Ich meine, zu erinnern, dass Sali dort, ähm, sind das nicht Zweihandkämpfer? Zweihandwaffenkämpfer? Keine Ahnung. Nee, die haben alle ein Schild in der Hand. Ein Schild und eine Handwaffe. Es kann sein, dass das Fortspultmogelle sind. Auf jeden Fall irgendwie, ähm, hier Grenzgrafen oder sowas. Oh, das könnte sein. Du meinst die, die Estalia-Jockels da, ne? Ja, genau. Und ich glaube, dass, also so wie er sie aufgestellt hat, sind das ja zwei Einheiten Staatstruppen mit jeweils einer Abteilung, mit zwei Abteilungen Bogenschützen dazu. Aber ich glaube, ich glaube, ich meine zu Ende, dass Sali da wirklich all in gegangen ist bei Fortspult. Okay. Das sieht mir auch nach Resin-Miniaturen aus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay. Muss Sali uns nochmal beantworten. Aber ist ja nicht witzig. Genau. Das ist ja nicht witzig. Okay. Ja, so, guck mal. Dann ist der Hauke noch in seinen letzten Zügen da. Hat er noch irgendwie so ein bisschen hier sein, sein, äh, Dings bemalt hier. Vierter Zehner. Da bin ich, da bin ich zurück vom Umzug im, im neuen Gebäude. Genau. Ja. Geht los. Jetzt Vollgas. Genau. Und wie schön du es eingerichtet hast alles schon, ne? Das ist natürlich, das ist natürlich auch geil, ne? Ja. Scheiß auf Klamotten und so. Hauptsache die Farben sind da. Hauptsache Farben sind da, wollte ich gerade sagen, ne? Hast dein Hobby-Space eingerichtet. Alles ist, alles ist cool, ey. Ja. Das ist, das ist schon sehr, sehr geil. Das ist schon sehr, sehr geil. Ich probiere das mal, dass wir das, ähm, hier mit den Fotos auch so machen, dass ihr das quasi in den Kapitelmarken dann halt sehen könnt auf eurem, äh, ja, Podcast-Player des Vertrauens. So, da hat Zinssoldat ja wieder hier eine Landung gesetzt, ne? Weil ich gar nicht erkennen kann, was das genau ist. Ja, es geht mir ganz ähnlich. Also das eine sieht auf jeden Fall so ein bisschen hier nach, ähm, hier nach Revolutionskriege in den USA aus, ne? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Hier so, äh, Nord gegen Süd. Genau, aber das mit den, mit den, mit den Speer, äh, Lanzenträgern hier, ähm, das kann ich auch nicht gerade so richtig deuten, wo die, wo die herkommen. Sieht so ein bisschen Lanzknecht-mäßig aus, ne? Ist auf jeden Fall Lanzknecht-mäßig, aber, ähm, ich kann dir nicht sagen von wegen so, welche, welche Zeitepoche und so weiter und so fort das ist. Also, ähm, vielleicht kann der Zinnsoldat uns das nochmal irgendwie, äh, näher bringen. Das wäre, das wäre ganz schön. Aber es sieht mal auf dem Bild aus, sieht er, äh, als ob er damit, ähm, hier Speedpaints und so weiter gearbeitet hat mit Contrastfarben. Im großen, im großen Stil. Was ja auch durchaus Sinn macht bei, bei so riesigen Armeen, ey. Wenn man da mal richtig mit fertig werden will. Bei der Masse auf jeden Fall. Ne? Und auch ganz cool ist von wegen, das ist ja bei uns, ne? Also sag mal, jetzt bei Warhammer ist es so, du hast ja jedes Base einzeln und hier hat er gerade dann mal so, ich sag mal, was ist das, 5x5 Base ist das bestimmt, wo erstmal vier solche Jockels da draufstehen, ne? Das finde ich natürlich auch irgendwie schon, schon witzig, ne? Das wäre so eine Kings of War Geschichte, wo man das super machen könnte. In der Tat. Für Warhammer Fantasy bin ich mir da nicht so sicher. Ja, da musst du ja einzelne Modelle rausnehmen während des Kampfes, ne? Ja, oder du packst halt einen Würfel mit bei oder irgendwie sowas, ne? Das geht ja auch. Also irgendwie kannst du es ja nachhalten, das ist ja nicht das, nicht das Ding, äh, also von daher, das geht ja schon, ne? Aber auch witzig dann, wenn ihr mal das Bild unten weiterguckt, ne? Da kommt ja so eine Lagerszene, die finde ich auch sehr, sehr geil. Das ist wunderschön, was er da gemacht hat. Zumal auch mal hier, weil das ja dann auch nicht drei Piepel sind, sondern es ist wirklich eine gesamte Armee, ne? Mit Feldlager. Und das ist ja das, was Rankin-File wirklich interessant macht, dass man den Gesamteindruck einer Armee hat. Das hast du meiner Meinung nach zwar auch, wenn jetzt was weiß ich hier, das Spiel, das nicht genannt werden darf, ähm, wie heißt es nochmal? H.H.O. Sieg mal, wenn du da natürlich 40, 50 Figuren vernünftig platzierst, sieht das auch gut aus. Aber eine Rankin-File-Armee hat typischerweise noch mehr Köpfe und sieht einfach massiger aus. Und vor allem organisiert da. Und ist was fürs Auge. Es ist, es ist verdammter Schmerz im Po, das anzumalen. Aber es ist cool. Und das sieht man hier bei Zinssoldat wirklich, ne? Der da hier ganze Schlacht rein und Einheiten, Regimente aus dem Bürgerkrieg da ins Feld führt, das sieht natürlich irre aus. Und man sieht auch wieder von wegen so, was zum Beispiel heutzutage Neoprenmatten wirklich ausmachen, ne? Also diesen heutigen Neoprenmatten mit vernünftigen Gelände drauf und du hast die Miniaturen da draufstehen, das ist einfach ein richtig geiles Gesamtbild. Ja. Richtig, richtig gut. Das gefällt mir außerordentlich. Und natürlich, ne? Hast du nicht letztens da so ein bisschen drüber gedacht, von wegen, sind das Fußmatten mit diesen Feldern da hinten? Ich glaube, du warst das, ne? Ja. Das sind, glaube ich, auch Fußmatten. Tatsächlich. Ganz normale von Ikea sind das zugeschnittene Fußmatten. Also die brauchst du noch nicht mal basen oder irgendwie sowas, weil wenn du dir das Bild mal anguckst und machst das mal größer, dann siehst du an der Schnittkante, siehst du dann quasi dann die Borsten, wie die hochstehen und unten drunter ist so ein bisschen so, das, ich sag mal so, der Aufbau dieser Matte so nach dem Motto mit so ein bisschen Braun und das sieht echt aus, als ob das Feld ist und das ist der absolute Knaller. Also der Typ, der sich das überlegt hat, ey, Chapeau, muss man ganz ehrlich sagen, ey. Das ist schon eine Augenweide, wenn man sich das so anguckt, ey. So, wenn dann so die ganzen Soldaten so wirklich in Reih und Glied stehen und schwenken hier ihre Fahnen, die er hier angetackert hat, ey. Das hat schon, das hat schon was, ey. Auch wenn es nicht meine Epoche ist. Da muss ich auch gerade an das letzte Video von Bier und Brezel-Tobi denken. Der hat ja quasi da so ein Riesenpaket zugeschickt bekommen mit mehr oder weniger 2D-Minis, die quasi so auf Kunststoff gedruckt sind. Und wenn man sich die so einzeln hinstellt, dann wirkt das schon so ein bisschen, ja, nicht ganz so, nicht ganz so ansprechend. Aber er hat dann halt auch so richtig große Armeen da aufgestellt. Und wenn du die wirklich alle wie so Parallax-Effekt sozusagen von vorne betrachtest, dann schwindet das auch ganz schön viel Eindruck. Also Masse macht auch echt was her. Selbst bei 2D-Minis. Ich meine, überleg dir doch mal, wenn du bei OnePage Rules dir die 2D-Standys da irgendwie ausdrucken würdest. Es gibt ja auch so mittlerweile so Bases, wo du dann da quasi diese Standys dann draufdrücken kannst oder reindrücken kannst. Überleg dir doch mal, du hast dann plötzlich so eine Armee da stehen. Und ich finde diese 2D-Dinger, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon ziemlich, ziemlich cool, um überhaupt mal irgendwie was zu testen. Und wenn du so ein Ding da stehen hast, ey, ist doch Hammer. Ja. Suchst dir den vernünftigen Drucker und haust das da durch den Drucker drauf auf irgendwie, keine Ahnung, 120-Gramm-Papier oder irgendwie sowas und dann schnüppelst du das eben aus abends bei, keine Ahnung, fünf Folgen Dr. Haus und dann ist doch gut. Ich kann das gar nicht genau erkennen. Ist das hier bei Zinssoldat, die Unionsinfanterie, was ja auch einfach nur geil aussieht mit den Fahnen, und das ist schon 28 Millimeter, oder? Ja klar, wenn man die Würfel dazu im Vergleich sieht. Ja, ja, das ist 28 Millimeter. Also Union gegen Rebellen wohl irgendwie was, ne? Das ist aber auch schon eine Armee, ey. Alter Falter, ey. Ja. Ich habe noch Preußen im Angebot. Also möchte irgendjemand Preußen haben? Also ich habe hier noch ganz, ganz viele Preußen. Ich glaube irgendwie so 150 Stücke oder irgendwie sowas. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesen ganzen, bei diesen ganzen historischen Systemen bin ich leider raus. Also das ist für, außerhalb meiner Interesse. Ja. Natürlich, ich auch. Aber jetzt nimm dir mal das andere Bild, was er nachgepostet hat, wo die Schlacht im Gange ist, wo die Kirche da ist und dann hast du diese T-Kreuzung und dann einfach so diese Watte, weißt du, so ein bisschen grau angesprüht, so für Pulverdampf und so. Also Flair, muss ich ganz ehrlich sagen, kommt da schon rüber. Da können sich, glaube ich, unsere 40K-Spieler oder wir One-Page-Rules-Spieler und keine Ahnung was Spieler echt vielleicht noch mal eine Scheibe von abschneiden, was Effekte angeht. Ja, definitiv. Ich finde das auch immer so beeindruckend. Ich glaube, das ist Alex aus der WhatsApp-Gruppe, wenn der immer postet, was der am Fortschritten in seiner 15mm Napoleon-Armee da zusammenzimmert. Also echt, das ist also wirklich, du kannst dich gar nicht daran satt sehen. Das ist sicherlich auch alles andere als einfach, das zu bemalen, aber das sieht so geil aus. Und ich hätte da auch so einen Bock drauf. Aber das mache ich, glaube ich, erst, wenn ich 60 bin. Ja. Zinssoldat schreibt ja noch bei uns auf dem Discord hier drauf von wegen, es war jeweils eine Infanteriedivision mit der halben Chor-Artillerie, wobei das im Süden eher eine unterbesetzte Division wäre. Die hatten immer so große Verbände. Mich erschreckt dabei nur irgendwie immer, dass ich auch noch zwei Brigaden mehr auf den Tisch bekäme. Tendenz steigend. Tendenz steigend, Leute. 2023 wollen wir am 1. und 2. siebten in fünf Szenarios Gettysburg nachspielen. Ich fordere Bilder, ich fordere Videobeweise. Wir verteilen gerade die Aufgaben beim Geländebau. Das ist... Komm, wir spielen, wir spielen mal im Gettysburg nach und so weiter. Weißt du, komm, so. Schreibt doch, wir brauchen alleine fünf Meter Zaun und circa zweieinhalb Meter Naturstand. Mauer. Das klingt wie so ein öffentlicher Auftrag von der Stadt, ey, wo du irgendwie, keine Ahnung, zweieinhalb Meter Natursteinmauer irgendwie beim Bushaltehäuschen irgendwie hochzimmern musst. Was mich jetzt ganz kurz in den Themenwechsel, was mich jetzt auch wieder daran erinnert, dass ja ein anderer Zuschauer, Zuschauer sei schon Zuhörer, gestern und heute Fotos gepostet hat von zwei Regimentern Battle-Mechs, die gegeneinander antreten. Was so einen ganzen Kellerboden zusammensteht mit gefühlt 200 Mechs. Hammer, oder? Nach Klassik-Battletech-Regeln. Hammer. Also ich weiß gar nicht, wie lange man an sowas dann spielen würde, so nach dem Motto. Also das würde mich auch noch hart nochmal interessieren, ey. Aber da kommen wir nachher nochmal eben dann drauf, ey. Ja. Okay. Sehr gut. Gut, machen wir weiter. Ja. Wen hast du noch gefunden, Hauke? Ich habe Hauke gefunden, wie er Regimentsbases zurecht sägt. Das war ein Tag, echt. Da war ich, da war ich auch so völlig platt. Und ich habe das mit der Betalsäge gemacht. Das ist auch wirklich das letzte Werkzeug, das man dazu nehmen kann. Aber es sägt ja langsam und vorsichtig. Das sind die alten Warhammer-Regimentsbases, die, also nicht die ganz alten, sondern die aus der Mitte der 2000er. Da gab es dann auf der einen Seite so eine Plastikplatte, auf der einen Seite 10x10, 20mm-Bases, und auf der anderen Seite 8x8, 2, 25mm-Bases. Und die konnte man je nachdem, wie die dann groß das Regiment sein sollte, halt zurechtsägen und weitere Teile am Rand ankleben. Davon hatte ich noch ein paar. Aber wenn man die jetzt nachkaufen möchte, die kosten so viel wie eine Niere. Also bestimmt 40 Euro bei Ebay. Und das ist, das ist natürlich völlig inakzeptabel für ein Stück dummes Plastik, 40 Euro auszugeben. Darum durfte ich da echt nicht, echt keinen Mist mitmachen, weil es wirklich exakt passte für die Armee mit dem, was ich da noch hatte. Das ist ja wirklich Step by Step ganz, ganz vorsichtig zurechtgesägt. Und hat auch gut geklappt. Hättest du die nicht auch mit einem Stahllineal und einem Cuttermesser immer weiter ritzen können, so nach dem Motto? Wäre wahrscheinlich auch gegangen. Aber erfahrungsgemäß tendiere ich dazu, dann halt irgendwann ungeduldig zu werden, dass das Ganze zu übereilen oder geht das schief halt. Entweder ist dann das Ding kaputt oder Finger ab oder so. Und da habe ich einfach gesagt, so trinke ich jetzt ein Bier und säge das einfach mal ganz entspannt auseinander. Okay, also wenn ihr Hauke eine Freude machen wollt, kauft ihm bei Amazon einen Dremel und schickt den Hauke. Ich habe einen Dremel, aber ich habe den noch nicht ausprobiert. Ja, das wäre doch jetzt was geworden hier, ey. Ja. Schön finde ich auch deinen Smiley dazu, ne? Der sich dann diese Knarre an den Kopf hält. Das ist... Aber genau so war es. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, passend. So, Phil. Machen wir mit dir weiter. Wen hast du noch gefunden? Also es geht ja dann direkt weiter hier mit Nerko77, der seine Uruk-Ai, aus Schlamm geborene Uruk-Ai, hier mit ins Feld geworfen hat. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, als Piwi und ich beim offenen Tabletop-Treff waren, hat der quasi neben uns Saga Ära der Magie gespielt und ist dann im Anschluss mehr oder weniger ja scheinbar dadurch dann auf uns aufmerksam geworden und dem Discord beigetreten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der das war. Cool. Ja, finde ich auch. Liebe Grüße an dieser Stelle. Finde ich auch echt cool. Ja, Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Zumal mit Uruk-Ai haben wir das auch gerade, ne? In der letzten Folge die Schlamm geborenen, mit der weißen Hand, jetzt haben wir hier wieder Uruk-Ai, ne? Die sind aber auch natürlich geil, ne? Also, ja, ich glaube, wenn ich Herr der Ringe spielen würde oder sowas, das könnte durchaus eine Armee sein, die mir echt gefallen würde, ey. Zu wenig Zeit, zu viele Spiele. Ja. Aber ich weiß auch noch, als die Modelle damals erschienen sind zum Film, ich hatte damals einfach gesagt, du kaufst dir nix von Herr der Ringe. Das ist, es geht nicht. Du hast weder Zeit noch Kohle genug, um Warhammer 40.000 und Warhammer Fantasy Battle zu bedienen, geschweige denn drittes System. Aber als ich dann auch diese Speerschleuder oder Balliste oder wie auch immer das sind, gesehen hatte, dachte ich auch, eigentlich brauchst du das, ne? Eigentlich brauchst du das, ja, natürlich. Ja, also, wenn ich Herr der Ringe mir ziehen würde, würde ich exakt diese Armee spielen. Und zwar fühlt sich auch genau so aufbauen. Okay, alles klar. Cool. Dann bin ich jetzt hier wieder ein Stück runtergescrollt bei uns und unter dem Beitrag von der Q77 kommt Zinssoldat wieder mit seinem Regiments-Bases hier um die Ecke mit den Speerträgern oder, ich sag jetzt einfach mal Speerträger. Wahrscheinlich heißen die im Originalen irgendwie komplett anders, aber es sind für mich Speerträger. So. Und jetzt finde ich das besonders interessant, was plötzlich ein gestaltetes Base mit Minis macht. Das ist der absolute Wahnsinn. Er hat nicht viel gemacht. Er hat einfach nur das Base im Prinzip braun gemacht, ein bisschen trocken gebürstet, statisches Gras oben drüber gestreut. Aber wenn man sich das mal anguckt, gegenüber zu den Minis, die oben weiter gewesen sind, die noch die grauen Bases hatten, ist das wieder etwas, was die ganzen Einheiten, die ganzen Soldaten einzeln zu einem Ganzen macht. Das ist der Knaller. Ich finde das auch, das kann man bei Zins, das hatte ich schon letztes Mal gesagt, als wir über Zins Soldatsarmeen gesprochen haben, dass das einfach auch wunderbar zeigt, dass diese sogenannten Multibases, dass die echt wirklich was können. Also wenn man dann mehrere Figuren auf ein größeres Base steckt. Ich stelle mir das zwar schwierig vor mit der Bemalung, man muss die Figuren einfach einzeln bemalen und dann bemalt aufkleben und nicht aufs Base kleben und dann anmalen. Das geht einfach nicht. Das kann ich mir jetzt schlecht vorstellen, da die hintere Figur dann dazu malt. Aber auch, wie gesagt, ich habe ja noch eine Early Imperial Roman Army mit 200 Legionären, da werde ich auch definitiv Multibases für nehmen. Und cool, das ist einfach eine coole Sache. Was anderes macht in dem Sinn auch gar keine Möglichkeit oder es bietet dir keine andere Möglichkeit, Hauke, als das einzeln irgendwie, was ich, dann auf einen Stick zu kleben und dann alles zu grundieren, alles auf dem Stick zu bemalen, runternehmen, nächste Rutsche drauf und danach klebst du die alle zusammen. Ja. Ich meine, das lobe ich mir ja von Kings of War, dass die ja wirklich sagen, so hier, es kommt auf die Base-Größe drauf an und nicht das, was auf dem Base draufsteht, was es denn für eine Einheit ist. Und wenn man da mal so guckt, so in diesem Bereich Kings of War, was diese Spielerinnen und Spieler da draußen für Bases gestalten, alter Falter. Das ist, das ist schon großes Kino. Also was die an Scenic-Bases plötzlich basteln, ey, das ist ganz großes Kino. Aber wo du gerade sagst, alter Falter, darf ich mal kurz euer Augenmerk auf Jörn am 31.10. lenken, der da auch, ich glaube, das ist der alte, wie heißt der, Ska, Skype, Ska, der Feig, ne? Äh, also die, die, die Waldelfenarmee, ne? Das ist, meint meine Favoritenarmee des gesamten Projektes. Also meiner Meinung nach die Armee, die mir am besten gefällt von den, von den Hörern. Ähm, ja, gehe ich komplett mit. Ich weiß nicht, Phil, wie geht's dir dabei? Also es gab da noch so ne, so ne, so ne Slayerarmee, die ich tatsächlich noch ein bisschen cooler finde, aber die Waldelfenarmee ist schon topnotch, würde ich sagen. Also die ist schon wirklich richtig, richtig gut gelungen. Was mir an Jörnsarmee besonders gut gefällt, ist einfach die Art und Weise, wie er sie bemalt hat. Also mal, technisch ist das super, aber, aber technisch waren auch noch andere Armeen dabei. Mördick, der ist ja einfach ein gottbegebener, äh, gottbegnadeter Maler. Das steht außer Frage. Aber die, die Art des, des Stils, wie er sie bemalt hat, er hat sie wirklich nach fünfter oder Anfang sechster Edition Fantasy Battle angemalt mit diesem, mit diesem Comic-artigen Stil, mit knalligen Farben und so, dass die Armee, aus meiner, aus meinem Empfinden halt, dieses leichte Augenzwinkern versprüht. Das gefällt mir ganz besonders gut. Da mag ich jetzt auch ein alter weißer Mann sein, der seiner Jugend nach trauert, aber ich finde das super, was er da gemacht hat. Das passt doch total. Guck dir doch mal das eine Bild an, was er dann so mit den, mit den Bergen und mit dem Wald im Hintergrund gemacht hat. Da ist ja vorne rechts die Einheit Bogenschützen. Und wenn du dir mal den Champion anguckst, das ist hundertprozentig 90er Jahre. Also, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ich glaube, der hat keinen Hals oder irgendwie sowas, der Typ, der hat irgendwie mega hohe Beine, die wahrscheinlich direkt in den Achseln irgendwie enden oder irgendwie sowas. Aber dieses gesamte Farbschäber von dieser Armee finde ich einfach nur genial. Also das ist wirklich schon, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, von wegen alter Falter, was kommt denn noch? Was macht unsere Community denn noch hier? Und was präsentieren die uns noch? Da war die Slayer-Armee ja noch gar nicht da. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das ist schon, das ist schon sehr geil. Und wie gesagt, diesen grünen Drachen finde ich mega. Absolut mega. Was mir besonders gut gefällt, ist halt, dass das halt eine Armee ist mit alten Figuren und die ist halt mit heutiger Technik nach alter Art bemalt. Wie geil. Guck mal, er hat sogar die Kanten der Bases gehighlighted. Ich kenne niemanden, der das sonst noch macht. Esche, das fällt mir jetzt erst auf, Hauke. Da hast du recht. Und das sieht einfach großartig aus. Also ganz, ganz tolle Armee. Ja, auch der Zauberer, mit seinem gefiederten Umhang da, was er da hat. Also die einzelnen Federn dann schön ausgearbeitet. Das ist schon, das ist schon geil. Ach ja, ihr macht einfach zu viel, zu viel geilen Kram, ey. Das ist, das ist einfach Fakt, ja. Ja, guck mal, dann kam so ein Hauke mit um die Ecke, der dann plötzlich seine gebasten Skelette schon mal gezeigt hat, hier. Mit, schön bemalten Bannern und sogar noch Zeugs an den Base-Rändern von diesem, von diesem Multi-Base dran und so. Hört, hört hier. Ja. Da muss ich auch sagen, da hab ich mich, da hatte ich eine gute Idee, sagen wir es mal so. Wenn man selbst auf die Schulter zu klopfen. Und zwar, es gibt, gerade wenn man diese alten Warhammer-Bases nimmt, die haben ja, die haben ja, es gibt auch welche von Games Workshop, die tatsächlich einen strukturierten Rand haben, aber die sind nur ganz kurz vertrieben worden. Und sonst haben diese alten und die jüngeren einen glatten Rand. So, und ich hab mich immer gefragt, wie krieg ich das, wie krieg ich denn da die Struktur auf? So, und da hab ich da ein ernstes Vogelsand dran geklebt. Das hat natürlich original zwei Minuten gehalten, dann war da wieder ab. Und dann hab ich jetzt einfach die Strukturfarbe von Valero darauf gekleistert, dass trocknen lassen gut war. Und dann haben wir zwei Farben drüber gebürstet und gut ist. Das Ganze hat ohne Trockenzeit fünf Minuten gedauert für sechs Bases. Und die Dinger sind stoßresistent, schockfest aufgrund des Acryls. Das ist super. Kann ich nur jedem empfehlen. Und das, gerade wenn man auch MDF-Bases nimmt, kannst du das Zeug da auch einfach draufknallen, Struktur drauf, cool. Ich überlege gerade sogar, das noch mit meinem Camry zu machen, wenn ich mal so links in meine Sache hier reingucke, so nach dem Motto. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, weil vielleicht muss ich mir das nochmal überlegen. Aber bei den Skeletten passt das ziemlich, ziemlich gut. Das ist schön. Hast du die Schilde? Was ist das für ein Farbton innerhalb dieser Schilde, wo zum Beispiel das Holz mit dabei ist oder so, Hauke? Das ist doch kein Metall, oder? Nee, ich habe ja sozusagen mit einer minimalen Farbpalette gearbeitet und mir das Leben wirklich einfach gemacht. Ich habe die Schilde mit doppelseitigem Klebeband auf einer Pappe festgeklebt, dann habe ich sie schwarz angesprüht, dann habe ich sie nochmal mit, wie heißt das, Salt-Ledbelcher angesprüht, dann habe ich die Mitte, also gerade an der ganz rechten Seite dieses zerfetzte Ding, dieser kaputte Schild, dann habe ich die Innenseite mit Rinox-Height angepinselt, Nine-Oil drüber gut ist, nichts weiter gemacht und dann habe ich einmal ganz, ganz leicht mit Sundry Dust, glaube ich, da drüber gebrushed und fertig. Aber wirklich nur ein Hauch Sundry Dust und das ist dann bei der gesamten Armee, ich habe im Prinzip nichts, nichts gehighlighted, gar nichts. Das ist das, was ich weggespart habe, um mit der Armee fertig zu werden. Wenn ich das nicht weggespart hätte, wäre ich jetzt noch nicht mal mit der Hälfte fertig. Ich finde auch ganz ehrlich, die Idee, eine Skelett-Armee zu nehmen oder eine Untoten-Armee zu nehmen, damit in ein Rank-and-File einzusteigen, finde ich gar nicht doof. Das habe ich ja bei Mein Chemri ja auch gesehen. Ich habe ja auch dann relativ einfach die Skelette bemalt gekriegt. Ich habe die, dieses Türkis habe ich relativ einfach dann drauf gekriegt. Und ich war ja, irgendwann war ich ja so weit, dass meine Armee fertig war. Und ich hatte ein Erfolgserlebnis. Wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste jetzt zum Beispiel so eine Imperiumsarmee bemalen, weißt du? Wo jeder Soldat den linken Arm anders hat als das rechte Bein zum Beispiel. Da wäre ich ja wahrscheinlich wahnsinnig geworden von den Farben her. Wäre ich nie fertig geworden. Das kann ich bestätigen. Ist das so, Phil? Das würde ich ganz genau so sehen. Deswegen habe ich mich ja bei meiner Armee dann auch dazu entschlossen, die quasi wie Geister anzumalen. Einfach der Einfachheit halber, weil dann konnte ich die einfach grundieren, dann noch einmal mit so einem leuchtenden Türkis drüber sprühen mit der Airbrush, dann habe ich noch mit diesem mit so einem lila Wash so ein bisschen die Schattierungen gemacht und dann waren die im Prinzip schon fertig. Also ich hatte da gar nicht großartig Details, die ich jetzt hätte bemalen müssen beziehungsweise ich hätte die gar nicht, gar keine Details irgendwie speziell bemalen können, weil das hätte sonst diese ganze Geistergestalt ja zunichte gemacht. Und das macht es natürlich umso einfacher, dann da eine schöne fertige Armee relativ schnell fertig zu kriegen. Also nochmal, nochmal eine ganze Ecke einfacher als jetzt schon diese untoten Armeen von euch beiden. Hättest du denn jetzt nochmal Bock irgendwie eine Imperiumsarmee zu bemalen oder sagen wir mal eine Armee zu bemalen, die sagen wir farbtechnisch ein bisschen anspruchsvoller wäre, auch in der Punktzahl? Eine ganze Armee? Müsste ich mich erstmal dran versuchen. Also kann ich so jetzt, kommt so ein bisschen auch auf die Armee drauf an, würde ich sagen, aber so grundsätzlich kann ich es mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen, weil ich so schlichtere Farbschemata persönlich auch bevorzuge. Weil die Tabletop-Freibeuter machen ja jetzt ja auch irgendwie so eine Rank-and-File-Geschichte ab Januar, glaube ich, irgendwie so langsam immer aufbauend. Nee, mit Rank-and-File hat das nichts zu tun. Ist doch mit One-Page-Rules oder nicht? Aber nicht Rank-and-File. Also es ist quasi das Age-of-Sigma-Pendant, was da zu tragen kommt. Ach, ich gehe die ganze Zeit davon aus, dass sie dann auch mit Rank-and-File dann irgendwie was machen, weil das, was dann in der WhatsApp-Gruppe mal gezeigt wurde oder sowas, das hatte ich für Rank-and-File gehalten. Nee, das ist tatsächlich, also es sind zwar Fantasy-Miniaturen, die da zum Einsatz kommen, aber es wird keine Rank-and-File-Schlachten, sondern es wird schon Age-of-Fantasy einfach. Okay, alles klar, dann müssen wir mit Ben dann nochmal irgendwie drüber schnacken oder irgendwie sowas. Ja. Aber was ich sagen wollte, ich habe ja auch noch Zwerge hier und auch angefixt durch euch beide, durch die Community und so weiter, habe ich mir ja angefangen, dann auch nochmal Zwerge zuzulegen, so meine alte liebe Zwerge. Und das werde ich mir ganz easy-peasy, werde ich mir das aufbauen. Ich habe die ersten zehn Schildträger und mit Hammer habe ich hier und einen Tein auf Schild, der dann von zwei Peoples getragen wird. Das lasse ich ganz locker, lasse ich das angehen. Und jetzt mit meinen neuen Valerok-Farben, muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich so Bock zu malen, ey. Das ist unglaublich. Aber die Zeit fehlt. Gruselig. So, gehen wir einen weiter. Dann würde ich sagen, ich nehme mal den Depletor raus, denn der hat nämlich auch eine, ja, ist das Rank-and-File? Ja doch, oder? A Song of Ice and Fire? Ist das Rank-and-File? Doch, würde ich auch sagen. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn die jetzt einzeln in so Multibase da drin sind oder irgendwie sowas. Ja, ist es, ja. Habe ich mich nie mit beschäftigt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Hat das von euch einer mal irgendwie auf dem Schirm gehabt? A Song of Ice and Fire? Überhaupt nicht. Nee, also da ich halt auch, was Game of Thrones angeht, komplett raus bin, hat mich das auch nie wirklich gejuckt, dieses Spiel. Okay. Also mir ist bekannt, dass man im Prinzip von allen Leuten, die das spielen, wirklich nur Gutes hört, dass das Spiel wirklich über den grünen Klee gelobt wird. Und ich glaube, die Wildling-Armee, die es gibt für Song of Ice and Fire, ist, glaube ich, eine der schönsten Armeen, die es überhaupt zurzeit auf dem Markt gibt. Aber noch eine Armee geht nicht. Bei mir also, nein. Nee, vor allen Dingen auch noch ein System, wo man sich dann wieder reinarbeiten musste oder sowas. Ich meine, die Idee, die die Plädoyer hatte, finde ich ja ganz witzig. Also er hat gesagt, er hat aus Geiz angefangen, 40 Modelle gleichzeitig zu bemalen, weil er im Prinzip noch angemischte Speedpaints hatte, so nach dem Motto. Ich meine, gut, kann man natürlich machen. Also schon die Idee ist ja schon geil, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Das sind doch die Wildlinge, die er hier hat, oder? Die sehen doch alle aus wie, ja, das sind Wildlinge. Das sind Wildlinge, sind das. Genau. Cool. Sehen auf jeden Fall wild aus, ja. Also im Hintergrund siehst du ja dann die Riesen zum Beispiel. Da siehst du das ganz schön und natürlich hier vorne mit den Leuten, die dann halt ihre, ihre, ja, fällbewerten Umhänge haben und so weiter. Ja, ja, das sind Wildlinge. Aber ich finde das mit den, mit den Speedpaints, also nennen wir jetzt einfach mal Speedpaints, Contrastpaints, also ihr wisst, was wir meinen. Finde ich, ist das schon ziemlich, ziemlich gut getroffen. Also gerade die Hauttöne finde ich schon ziemlich, ziemlich fett. Ja. Es hat schon was. Sehr cool. Ja, Zinnsoldat hat wieder hier noch ein paar Kanonen noch mal gebastelt. Auch alles Zinn, ne? Das kannst du jetzt schon sagen. Das, das, das weiß ich, weil wir darüber, glaube ich, noch mal irgendwie geschnackt haben und so weiter und so fort. Ja, und auch wieder der Vergleich, ne? Zwischen Base einfach nur gemacht und unten wieder Base quasi fertig gemacht, was das gleich mit der Miniatur dann macht. Das ist einfach, ich finde mittlerweile, ein vernünftiges Base gehört einfach für mich zu einer vernünftigen, bemalten Miniatur dazu. Ja. Das ist dann einfach eins. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Also einfach nur eine Figur zu bemalen und die einfach auf eine, auf einen Acryl-Standy zu stellen, weiß ich nicht. Ja, dann geht's erstmal wieder in einige Work in Progress von Bilder von, zum Beispiel von Hauke, wie er seinen Jockel fertigstellt. Und dann kommt auch nochmal der Tekkisch um die Ecke, relativ kurz darauf, mit einer Imperiumsarmee. und da finde ich ganz besonders witzig, er hat da ja auch eine, hier eine Mortar, wie heißt denn das auf Deutsch? Mörser. Mörser. Mörser, genau. Mörser und da steht so eine Dame daneben mit einer Kerze in der Hand und gestikuliert aber eher so weg von diesem Mörser und hält nur so die Kerze nach vorne, um die Lunte anzuzünden, damit sie nichts von dem Mörser abkriegt. Das finde ich echt witzig gemacht. Das ist eine schöne Armee, das sind so Kleinigkeiten, die ich bei solchen Armeen immer sehr, sehr nett finde, wenn du solche Kleinigkeiten dann irgendwie da drin hast. Am besten fehlt da so ein Skelett, also Hauke, bei deiner untoten Armee, weißt du, wenn du auch so eine Kanone hättest oder sowas, wo das Skelett sich dann quasi die Finger in die Ohren steckt. Ich habe noch zwei alte Schädelkatapulte, die habe ich irgendwann mal bei Ebay gefunden, habe ich gedacht, komm, nimmst du mit, kannst du immer mal gebrauchen. Die Katapulte selbst kannst du überhaupt, also damit kannst du gar nichts anfangen. Aber die Besatzung habe ich tatsächlich noch und die werde ich dann mit selbstgebauten Katapulten zusammen fertigstellen. Und da ist auch einer bei mit so einem abgerissenen Kettenhemd, der dann so in die Entfernung, also das Skelett wohlgemerkt, das dann so in die Entfernung zeigt, wohin geschossen werden soll. Und das hat natürlich sowas sehr, sehr Dynamisches an sich, was eigentlich gar nicht zu einer Skelett-Armee passt halt. Ja, sowas ist doch geil. Sowas ist geil. Ja, ich habe hier vielleicht sogar noch zwei Katapulte für dich, die passen könnten von Mantic. Da habe ich mir mal so eine untoten Starter-Armee geholt, einfach nur, weil ich die Zombies haben wollte. Und es günstiger war, diese Starter-Armee zu nehmen, anstatt eine Einzelbox, also jetzt im Verhältnis. Und da waren auch zwei, auch so eine Art Skelett-Katapulte bei. Ja, cool. Seht ihr, so werden wieder hier Miniaturen untereinander getauscht. So soll das sein. So soll das sein. Das Syndikat. Ja, aber wirklich hier. Was ich bei Tekkash ganz geil finde, ist, wenn ihr mal auf die Miniaturen guckt, die vor den Speerträgern da stehen. Da ist ja rechts dieser Pistoliero, so nach dem Motto, der einen auf dicke Hose macht. Mit diesem Quaker-Hut, hätte ich jetzt fast gesagt. Mit diesem amerikanischen, ja, wie sagt man dazu? Amerikanischen alten Landsmann da, so nach dem Motto. Mit so einem Hut. Das ist schon irgendwie ganz geil, so nach dem Motto. Er steht da in so einer Pose, hält die beiden Pistolen so links und rechts an hoch und so nach dem Motto, ey, du kannst mir gar nichts. Schon echt Charakter, die alten Minis. Ja, wenn man sich das so recht überlegt, wir reden ja relativ oft davon, auch uns in der WhatsApp-Gruppe, also wie viel Klimbin manchmal an solchen Miniaturen mittlerweile dran ist, was da irgendwie auch gar nicht hingehört. Da lobe ich mir wirklich solche alten Minis. Also auch, ich weiß nicht, haben wir letztens nicht die Diskussion gehabt über Dynamik, zum Beispiel bei Mänteln und so weiter. Genau. Das fand ich, das ist mir noch nie so wirklich aufgefallen. Ich glaube, bis Lukas damit oder bis Alex damit irgendwie um die Ecke kam und sagten dann plötzlich von wegen so, hier, guckt euch das mal an. So wie Gandalf jetzt plötzlich seinen Mantel da irgendwie am Schwingen hatte im Hintergrund und was der vorher für einen Mantel hatte oder irgendwie was. Also in der Tat, ist mir auch noch nie so klar geworden und das konnte man bei diesem Vergleich der beiden Minis wirklich genau erkennen, wie sich das fortentwickelt hat und meiner Meinung nach nicht, also zumindest für begrenzt mit Mal-Talent gesegnete Leute wie mich, ist das nicht zum Vorteil, wenn das dann schwieriger anzumalen wird. Nee, generell habe ich total Probleme damit, ja, Stoff anzumalen. Also so Mantel, wo kommen die Highlights hin und so weiter. Ich habe da echt Probleme mit. Das habe ich jetzt zum Beispiel mit meinen Thousand Suns auch. Die haben ja auch so Umhänge hinten quasi hängen und vorne so einen Ländenschurz quasi. Ich habe da total Probleme damit, irgendwie das vernünftig irgendwie zu malen. Also ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, das habe ich noch nicht drin in der Hand. Das ist ganz seltsam. Ja, aber ich finde auch, diese eher flacheren Mantel sind auch tatsächlich schwieriger anzumalen. Mein Mind, zumindest für mich persönlich. Und bei dir sind es ja auch eher quasi so nach hinten flachere Mantel, sage ich mal, wo halt wenig Wellen drin sind. Weil die Wellen geben dir eigentlich immer schon so eine ganz einfache Vorlage, wo kommen denn jetzt die Schatten und die Highlights hin. Ist ja dann ganz natürlich eigentlich, dass natürlich in die Vertiefungen die Schatten reinkommen und oben auf die Wellenkanten drauf dann die Highlights. Und ja, aber bei so eher glatteren, glatteren Manteln finde ich das auch ziemlich schwierig. Obwohl das geil aussieht, ne? Also wo ich mir den Gandalf angeguckt habe, habe ich gedacht von wegen, Alter, wenn du die beiden Modelle, das alte Gandalf-Modell und das neue Gandalf-Modell mit dem wirklich wehenden Umhang dahinter hast, das passt einfach besser wie Arsch auf Eimer, finde ich. Von der ganzen Dynamik her, von seinem Wirken der Magie und so weiter. Weißt du, das ist so für mich so ein Punkt, da ist Gandalf für mich, der mit diesem weiten, ausladenden Mantel ist für mich erhabener als der Billo-Gandalf. Billo-Gandalf. Ja, wie soll ich es denn sonst sagen? Guck dir den nochmal an, da, den Vogel. Billo-Gandalf, der bei Pogo-Domine auf der Restrepanne verkauft wird, Alter. Du kommst hier nicht durch. Ja, nachdem das Auenland gerettet ist, muss er doch irgendwie keine Ahnung, was wir jetzt mal irgendwie um seinen Unterhalt zu finanzieren machen. Da steht Billo-Gandalf an der Kasse beim Pogo, ey. Das ist, ja, schön. Aber das ist im Prinzip das, was ihr sagt. Ich meine, es ist ja jedem klar, dass die helle Farbe auf das hohe muss und die dunkle auf das tiefe. Aber ich finde, dass die Schwierigkeit liegt im Detail. Wo wird aus hoch tief? Wo ist die Grenze? Und diese Grenze zu finden, finde ich äußerst schwierig. Ja. Da müssen wir mal von unserem hauseigenen, stationseigenen Künstler einfach mal vielleicht zur Jahresabschlussfolge nochmal irgendwie Rat einfordern. Ja, wollte ich gerade sagen. Der soll mal aufhören, hier irgendwie Graffitis hier irgendwie im Hangar hin zu sprühen. Der soll uns mal wieder zeigen, von wegen so wie, was geht hier. Also von daher, Manuel, du hast gehört, ne? Hauke, willst du das mit Jörn machen und seiner Waldelfenarmee, die er fertig hat? Ich kann mich da einfach nur nochmal wiederholen. Das ist also eine Armee, die ich also wahnsinnig cool finde. Also in jeglicher Art und Weise. Die Figuren, die Farben, die Bemalung. Er hat sich ja auch wirklich Mühe gegeben, die Sachen vernünftig zu fotografieren. Nicht so wie ich hier auf der Schneidermatte, zack, mal kurz fotografieren, sondern er hat sie dann wirklich ins Gelände gestellt. Und auch nicht in der Hochhaussiedlung, sondern die Waldelfen sind schon in der grünen Gegend. Und wenn ich mir angucke, ich habe einfach nur Bewunderung für solche Leute, schreibt er halt, habe am Wochenende ein paar Standarten für die Armee fertigbekommen. Da hat er vier Standarten für die Waldelfen angemalt. Das ist, die sehen aus wie, wie aus dem Blumenland, so von den Farben her. Und ich hätte nicht einen davon am Wochenende fertigbekommen. Das ist einfach nur cool. Und wenn wir Jörn sozusagen mit unserem Projekt dazu auch motivieren konnten, wieder an sein Projekt heranzugehen, dann ist das genau der Sinn und Zweck gewesen, warum wir das Ganze machen. Damit die Leute einfach mal wieder rank and file an Pinsel und gute Laune bekommen. So ist es nämlich. Und vor allen Dingen kriegt man gute Laune dabei, wenn man sich das anguckt. Also ohne Scheiße, kriege ich echt da richtig gute Laune dabei, wenn wir solche Leute inspiriert haben, einfach das zu tun. Und du siehst einfach, was dann nachher aber rausgekommen ist. Das kriege ich ein bisschen Gänsehaut, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich geil. Und wenn ihr mal so runtergeht, so Hauke, dann kommst du ja mit deinen Kürbisjockels nochmal um die Ecke. Die finde ich übrigens vom Orange her, finde ich die mega geil geworden. Die passen so super auf diese Base drauf. Jean-Jacques Gelé und Jules Verne. Also, Hammer. Das ist auch die einzige Farbe der gesamten Armee, die geschichtet ist. Sonst habe ich nichts geschichtet. Nur das Orange. Da ging das nicht anders, damit das vernünftig Struktur bekommt und irgendwie auch nach Kürbis aussieht und nicht nach Orange. Das ist genau so ein schönes Orange, was ich mir für meine Slayer-Zwerge im Prinzip dann vorstelle von den Haaren her. Also, einen habe ich ja schon bemalt, aber das ist noch nicht das Orange, was ich eigentlich haben wollte. Da muss ich nochmal beigehen. Du siehst am Hintergrund, siehst du, das ist Blazing, also das ist weiße Grundierung. Also, exakterweise ist es Wraith Bone, nee, Grey Seer Grundierung. Darauf ist Blazing Orange. Und dann, weil das war zu kräftig, habe ich auf die kräftige Farbe dann mit einem Glaze draufgehauen aus, ähm, Makarios Solar Orange. Irgendeine Farbe, die ich hier nochmal, keine Ahnung, im Fundus gefunden habe und das so ein bisschen da drüber getüncht und das ist dadurch etwas matter geworden und hat dann auch diesen, aus meiner Sicht, wirklich Kürbiseffekt bekommen. Was aber einfach Glück war. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie geplant hatte oder irgendwie talentiert bin, sondern einfach nur Glück. Aber darf man ja auch mal haben. Ja, also Bob Ross mäßig, ne? Happy Accidents. Genau. Sehr gut. Aber es ist echt sehr kürbissig geworden, definitiv. Also, wie frisch vom Feld. Ja, das finde ich auch wirklich gut. Auch die Figuren haben etwas, ne? Also, ähm, allein diese Zauberer als Kürbisform dann darzustellen, das ist schon, das ist schon eine geile Überlegung gewesen, Hocke. Ich muss auch die ganze Zeit, eh, jetzt mal grinsen, wenn ich die beiden sehe halt. Weißt du, und das macht doch Laune, oder? Du gehst doch an deinem Regal vorbei und siehst diese beiden Kürbisjockels da drin stehen und dir kommen sofort wieder irgendwelche Geschichten hoch, wo du sagst von wegen, ey, guck mal, da habe ich mit den Jungs drüber gequatscht, ne? Hier, Jean-Jacques Gillet steht da vorne und grinst mich an, ist doch geil. Wir haben einfach ein geiles Hobby, das ist es einfach, das ist... Oder? Das ist es einfach, ey. Dann kommt Hocke mit seinem berühmten Kellerbier um die Ecke, das fand ich auch sehr, sehr cool. Was für ein White Dwarf hast du da übrigens rausgekramt, mal eben so gefragt, jetzt muss ich mir erst mal größer machen, hier das Bild. Das, das, äh, ist der White Dwarf, ich meine, aus dem... 2009. Genau, Dezember 2009, das kam dadurch, dass in der WhatsApp-Gruppe jemand, die Bastionsstreit macht, der Imperial Fist gepostet hatte für, ich glaub, verbindliche, unverbindliche Preisempfehlung, 170 Euro, 19 Leute und ich hab dann mal den, den Härte-Test gemacht und die Weihnachtsbox aus 2009 dagegen gehalten und das waren dann auch für 170 Euro, also dementsprechend teurer, wenn man das in den Plations bereinigt, also zwar teurer, aber da waren drin zwei taktische Trupps, ein Scout-Trupp, ein Sturm-Trupp, ein Dreadnought, ein Razorback und ein Reno. Ja. Ja. Das war eine andere Nummer, ne? Also da kriegst du halt eine echte Armee und nicht 19 People. Das ist die Primaris-Inflation. Die imperialen Kredits verlieren an Wert. Ja. Sehr schön, ey. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Dann hatte Jörn heute noch gepostet, seine wirklich fertige Armee der Waldelfen und da müssen wir drüber sprechen, über das Bild. Nochmal, Hauke. Okay. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Also er hat wirklich seine Bogenschützen hat er komplett fertig, auch mit Banner und seine Bi-Handkämpfer hat er fertig, Zauberer hat er fertig und dann ist da aber auch noch hinten irgendwie, ich weiß nicht, ist das der Champion, der da hinten links neben dem Armee-General da steht oder irgendwie was? Der mit dem Schild in der Hand und der Einhandwaffe. Da steht so ein verlorenes Modell steht quasi hinter dem Zauberer mit den Adlern und dem Typie auf Pferd. Ja. Ist das ein Champion womöglich? Das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Kann ich gerade irgendwie überhaupt nicht zuordnen, wo der hingehört. Aber ist ja auch fiep egal. Aber den Zauberer da oder diesen Armeetypen da mit dem Stab, der oben drauf so eine goldene Hand hat auf dem Pferd, den finde ich auch übelst cool, ne? Also der hat so eine, ja, wie sagt man dazu? So einen Umhang für so ein Pferd. Was ist das? Schabracke oder was ist das? Genau. Heißt das wirklich Schabracke? Boah, Alter, ich bin voll intelligent, Alter. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ja, genau, Glückstreffer. Finde ich sehr, sehr gut. Weil das ganze Ding hat quasi einen Farbverlauf von Grün zu Gelb. Also richtig, richtig geil knallig. So wie die anderen Jöckels da auch dann dementsprechend dann bemalt wurden von ihm. Aber obendrauf hat der Typ eine wirklich richtig geil bemalte rote Robe an. Und das finde ich, das passt gerade total irgendwie geil zusammen. Ja. Das ist einfach der Hammer. Es gibt wirklich wenig Leute, die wirklich noch die Eier haben, ihre Armee so anzumalen. Das hatte ich, glaube ich, mal in einer anderen Gruppe gepostet oder irgendwo anders. Das ist im Prinzip dreckig und im Arsch und verdreckt und so. Das, ne? Weathering hoch 5 mit allen möglichen Mitteln macht jeder. Aber so mal eine schön saubere, bunte Armee anzumalen, das findet praktisch nicht mehr statt. Zum Beispiel auch, wenn man hier nach vorne guckt, ne? Da ist ein Wardancer, ein Weidelfen-Wardancer. Der hat ein blau-tätowiertes, halbes Gesicht. Ist einfach nur cool. Wo hast du den denn jetzt gerade gesehen? Ganz links. Die dritte Figur von links in der ersten Reihe. Ganz links die dritte Figur in der ersten Reihe. Der so die Schwerter in die Höhe direkt. Genau. Ach, da. Jau. Guck dir die Figur an. Das ist War of Fantasy Battle. Da fängt dir gleich eine ganze Geschichte zu ein. Ja, wollte ich gerade sagen. Der kommt da nicht verschmutzt von der Tanke, sondern tätowiert aus dem Wald. Muss ich gerade die Folge an Family Guy denken, wo sie das Crossover mit den Simpsons hatten und Hummer sucht auch seinen Wagen. Und dann gehen die doch an die Tanke und dann sagte Peter Griffin so von wegen, wir müssen denken wie ein Auto. Und dann stellen die sich plötzlich an die Zapfsäulen und fangen an das Benzin zu saufen. Und dann guckt plötzlich Hummer guckt dann irgendwie rüber und sieht, dass dann so eine Tante dann irgendwie den Zapfrüssel in den Tank des Autos reinhält. Und Hummer siehst du plötzlich denken oder Peter siehst du plötzlich denken und beide ziehen dann plötzlich ihre Hose aus. Wundervolle Szene. Wundervoll. Wundervoll. Aber ich habe Fragen. Weißt du, wenn ich so ein Modell sehe, Hauke, was du gerade sagtest, so mit dem tätowierten Gesicht zum Beispiel, naja, habe ich Fragen. Wer ist der Typ? Wo kommt der her? Warum hat er diese blaue Tätowierung? Was ist seine Hintergrundstory? Das ist geil. Ja, das ist der Sinn und Zweck der Übung. Naja, aber wirklich geil. So. Jetzt müssen wir aber noch über den Elefanten im Raum reden beziehungsweise den Baum im Raum. Hinten das Baumungeheuer, was er da gemacht hat. So. Mhm. Und ich finde, das schießt ja auch mit dem Vogel ab. Das ist so ein Ding, dass da geht das Auge plötzlich hin. Wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Ihr guckt auf das Bild und geht plötzlich hoch und denkt nur von wegen so, wow, was ist das denn? Allein durch die Bemalung. Ja, das Orange springt nochmal einen frischen Wind rein. Ich dachte, das ist eine Toppflanze, die da hinten steht. Das ist tatsächlich ein Modell. Ja. Ich glaube, das ist ein selbstgebauter Baummensch. Der ist Hammer, oder? Ich bin geruht, ey. Das ist. Könnte sein. Also den finde ich nämlich wirklich, wirklich geil. Liegen da nicht sogar vergammelte Schilde unten im Unterholz? Habe ich auch erst gedacht, wenn man mal so näher ranguckt oder so, rechts daneben. Also entweder ist das wirklich Wurzel als Bein oder ob da wirklich ein Schild liegt oder so. Das kann ich auch nicht wirklich, nicht richtig deuten, aber es sieht einfach nur geil aus. Auf jeden Fall. Kann auch sein, dass es einfach Gelände ist. Da steht ja auch noch ein Gebäude. Kann er uns ja mal schreiben, wie YouTuber immer sagt, in die Kommentare hauen halt. Yeah. Oder vielleicht noch mal ein Close-Up zur Verfügung stellen von der Figur. Das können wir natürlich auch machen. Ja, viele Leute haben mitgemacht beim Rank & File und natürlich soll dieses Projekt nicht zu Ende sein. Ihr dürft natürlich immer noch gerne weitermachen, das immer noch gerne bei uns auf dem Discord posten, andere Leute damit anfixen. Also lasst diesen Hashtag im Prinzip nicht sterben, aber wir wären ja nicht die Dice & Nords, wenn wir nicht auch schon etwas Neues in Planung haben. Und einige von euch haben es ja auch schon mitbekommen, gerade auch in der letzten Folge. Wir haben einen neuen Hashtag ausgerufen, der sich da stimpft. Lanzenbrechen. Und Lanzenbrechen ist ein schönes Ding, weil es dreht sich um Battletech. Und Jungs, was wir da bis jetzt schon gesehen haben in unserem kleinen Kanal Lanzenbrechen hier, was die Leute dort für Mechs präsentieren, ich muss ganz ehrlich sagen, da ist mir schon echt teilweise ein Ei aus der Hose gefallen. Da hat sich ja tatsächlich nur noch mal bestätigt, was ich auch schon am Anfang der Folge gesagt habe, das Thema ist heiß, ist aber ohne Ende. Also da verbrennt man sich im wahrsten Sinne des Wortes die Finger dran. Also das ist ja unglaublich, was dafür auch für eine Resonanz schon unmittelbar nach dem Erscheinen der Folge hier stattgefunden hat. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, und auch vor allen Dingen, wenn ich jetzt heute gucke auf dem Brückenkopf, aktuelles Thema, Battletech, plötzlich irgendwie Alpha Strike Box, glaube ich, irgendwie drauf gewesen. Dice Dennis hat heute Battletech irgendwo mit in einem Vorab-Video gehabt für die neue Folge. Also ich glaube, Battletech ist momentan der heiße Scheiß. Ich meine auch in der aktuellen Mago-Butato-Stammtisch-Folge haben die Jungs das auch über angeschnitten, überschnitten mitgemacht. Also von daher, ich glaube, Battletech erlebt gerade so ein kleines Revival, Hauke. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Zweifelsohne. Also ich musste richtig lachen, als ich am Ende der Bemalung der Untoten halt unsere eigene Folge dann nochmal Kontroll gehört, was heißt Kontroll gehört habe. Ich habe sie mir einfach auch angehört. Wie er halt die ganze Zeit über Battletech gesprochen, direkt im Anschluss danach habe ich dann die Stammtisch-Folge von den Jungs von Mago-Butato gehört und haben ja auch Markus und Thorsten, das war volles Fund, wir waren auch voll auf dem Hype-Train, da habe ich auch Markus direkt angeschrieben und gesagt, Alter, ihr seid ja auch voll drauf und er sagt ja auch verblüffenderweise erst jetzt. Die sind halt auch voll drauf hängen geblieben und das kann ich nur gut verstehen, denn was da an Material gerade erscheint und veröffentlicht wird, ist einfach der Hammer. Es ist nicht nur preisgünstig, es ist auch einfach cool. Man kriegt geile Boxen mit geilem Inhalt, man kann sofort spielen. Du hast Miniaturen, die du vernünftig bemalen musst, nicht musst, bemalen kannst, nicht detail überfrachtet. Irre. Total cool. Und was ich ja auch sehr geil fand bei Markus im Mago Portato Podcast, das war ja, als sie plötzlich sagten, das ist mal ein völlig entspanntes Spiel. Du lehnst dich im Prinzip zurück und guckst auf deine Bögen drauf, in so eine Art Richtung Rollenspielsystem. Da steht alles drauf, was du wie würfeln musst. Du hast deine Tabelle hier im Buch und alles sehr easy, entspannt, zurückgenommen, also ohne viel Action dabei, so nach dem Motto, es passiert da was, es passiert hier was und so fünf Züge im Voraus schon irgendwelche Dinge irgendwie geplant. Das ist für mich Battletech. Das ist so ein Runterkommenspiel ist das. So ein entspanntes, ja, wie soll ich das sagen? Mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber eher so in die Richtung Das ist einfach entschleunigt. Das ist das Wort, was ich suchte. Danke, Phil. Entschleunigt. Ja, weil da fällt mir auch gerade so ein bisschen jetzt, wo wir darüber sprechen, auf, dass es schon fast, ich würde schon fast sagen, dass es so ein bisschen die Antithese zum Skirmish aufstellt, weil Skirmish sich ja auch immer so ein bisschen dadurch auszeichnet, dass es quasi diese ganzen Buzzwords enthält, wie, ne, was ich auch neulich schon meinte mit Fast-Paced und Action-Geladen und so weiter und so fort, wo ein Schlag auf den nächsten folgt und du hast wie beim Skirmisher auch bei Battletech klassischerweise eine entschlackte Anzahl an Minis, aber nichtsdestotrotz ist es dann doch wirklich ja, sind es diese trägen Riesen, die da übers Schlachtfeld stapfen und ganz gemächlich ihre Geschütze abfeuern und du hast immer sowieso ja quasi, du musst ja immer auf die Tabellen schauen, was da passiert, außer du bist jetzt so eingespielt, dass du es auswendig kannst, was jetzt bei uns absehbar erstmal nicht so schnell passieren wird, gehe ich mal von uns und deswegen dieses entspannte Gefühl, ja, und trotzdem geht die Zeit irgendwie ruckzuck rasant vorbei, das war ja auch bei unserem Testspiel so, dass diese drei Stunden, die wir da gespielt haben, das war wie so ein Fingerschnipsen, war das einfach, ja, die Zeit ging viel zu schnell rum irgendwie und das hast du da echt ganz treffend zusammengefasst. So von der Optik stelle ich mir das halt so vor, als ob da halt Dice Dennis und Santa beide mit so einem 80er-Jahre-Schweißband und einem Kopf und einem Walkman auf halt sowas wie Kill Team oder so spielen, dabei die ganze Zeit aerobicmäßig rumzappeln und Push it to the limit Genau und wie Phil halt meinte, die Antithese, das sind halt Markus und Thorsten, die da mit so einem Kognak-Schwenker sitzen und der eine würfelt mal ein D6 und der andere sagt ja alles gut und dann halt erst nochmal den Globus aufklappt, nochmal einen nachschenkt, eine Zigarre raucht und dann irgendwie weitermacht halt so. Ja, so in der Richtung ist es ne und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wir haben sehr sehr viel positiven Zuspruch durch die letzte Folge von euch da draußen bekommen, vielen Dank erstmal an alle, die uns irgendwo einen Kommentar hinterlassen haben, sei es beim Brückenkopf oder irgendwo bei Facebook oder Instagram oder irgendwie sowas, das war so wirklich beisammen auf unsere Seele, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, vielen Dank dafür. Wollen wir da mal durchgucken, was die Community bis jetzt schon gemalt hat? Jo. Okay, ich nehme mich jetzt mal raus, also ich habe meine beiden Mechs fertig, es wird ja quasi ein Mösonary Chapter geben und von daher das ist erstmal quasi, aber ad acta hätte ich jetzt fast gesagt, da kommen wir irgendwann nochmal drauf, aber es haben sich ja dann plötzlich ganz viele Leute wieder in diesem Channel eingefunden, die wir, ich sage mal, anfixen konnten mit ein bisschen Mechs bemalen und das war so geil, ja, das war so geil, dass der Phil plötzlich nachgezogen hat und Phil, du hast quasi Crimson Fist gemacht, so jetzt erzähl mal, ich habe so ein bisschen harte 80er Jahre Zeichentrickfilm Vibes habe ich gerade. Ja, ja, Crimson Fist war die Idee und bei rausgekommen ist dann im Endeffekt, wie hieß er denn, wie hieß er noch gleich? Optimus Prime. Von den Autobots, genau, Optimus Prime, genau, das war eigentlich gar nicht die Grundidee, aber, weil den hatte ich nämlich auf dem Cover von der einen, von einem Battletech-Box, ist der ja ungefähr so in der Richtung bemalt, auch dieses Blau und Rot und das fand ich irgendwie ganz ansprechend und dann so, als ich den dann so bemalt hatte, ja, kam dann so bei raus, dass das doch einen sehr starken Autobot-Einschlag hatte und die zweite Mini, die ich bisher gemalt habe, die habe ich jetzt, glaube ich, in dem Lanzenbrechen-Channel noch gar nicht gepostet, die ist dann so im Stil von Bumblebee jetzt dann geworden, weil das war dann die logische Konsequenz, irgendwie das dann jetzt auch durchzuziehen einfach. Aber das ist eine geile Idee, also ich würde sagen, mach doch mal Mercer News fertig und dann lässt du die einfach irgendwie so in den Farben der Autobots, also von daher, die Idee ist doch geil. Aber wie ich jetzt erfahren habe, brauche ich ja unbedingt, unbedingt noch ein paar Mechs, quasi nicht aus der inneren Sphäre, sondern, wie heißen die anderen? Da seid ihr die Experten. Von den Clans. Von den Clans meinst du? Die Claner. Genau, genau. Ein paar Clan-Mechs. Ich brauche ein paar Clan-Mechs, genau, weil in der Starterbox, die ich habe, sind ja nur innere Sphäre-Mechs drin und die sind ja, wie ich gehört habe, den Clan-Mechs relativ eindeutig unterlegen. Ja, der eine sagt so, der andere sagt so, ne, das wird auf dem Spielfeld ausgemacht. Ich zerbomb euch alle. Ich zerbomb euch alle. Gehen wir mal runter. Der liebe Obi von der KeepenCon hat nämlich auch schon seinen ersten Mech, den er jemals bemalt hat, bei uns auf dem Discord gepostet. Und den finde ich, ehrlich, das ist ziemlich cool. Ziemlich cool, wollte ich gerade sagen. Also ein hauptsächlich rot-gelbes Farbschema und das Cockpit leuchtet halt in schönem Grün. Der durch so eine Wüstenlandschaft stapft und auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Mech und für das erste Mal, dass Obi so was bemalt hat. Ey, Obi, ganz ehrlich, ja, kannst du ruhig weitermalen. Ich glaube, wir müssten uns dann hier irgendwie treffen und ich sehe uns schon hier im Malteserhaus uns wieder alle treffen und so, dass wir dann eine Runde BattleTech spielen. Da müssen wir Obi nämlich einladen dazu. Der kommt hier aus Münster und von daher, das ist nicht so weit. Katzensprung. Katzensprung, wenn du es so willst. Genau, so ist es. Genau. So, Philly Bob, dann hast du aber auch noch mal hier auch noch Mech fertig gekriegt. Ah ja, ja doch, ich hab, ja, dann hatte ich den Bumblebee doch schon, hatte ich den doch schon gepostet. Genau, du hast Bumblebee auch noch gepostet. Weißt du zufällig, was das für einer gewesen ist? Ein Kommando. Ein Kommando müsste das sein, ne? Wollte ich gerade sagen. Der ist von der Pose her ein bisschen anders, wie ich ihn kenne, aber so vom Kopf her müsste das ein Kommando sein. Ja, genau richtig. auch ein sehr, sehr cooler Mech eigentlich, ne? Was hat der? 45 Tonnen? finde ich auch. Nee, der hat 25. Ah, doch noch so. Das ist so ein ganz leichter, schneller Mech. Also doch ein ganz, ganz kleiner. Okay, alles klar, also in die Richtung, ja. Ja, ja, man hat jetzt, man hat jetzt keinen Vergleich auf dem Bild, aber das ist wirklich eher einer der, der schlankeren, schnelleren Mechs. Okay, alles klar, da bin ich jetzt gerade wirklich, wirklich abgedriftet, weil das ist nämlich genau das Problem, was Battletech im Prinzip hat, Hauke, muss mich ein bisschen korrigieren, wenn es falsch sein sollte, der Scale passt nicht zu dem, was der Mech eigentlich ist. Also klar, so ein Atlas, superschwerer Mech, der ist schon ein bisschen größer als jetzt, sag ich jetzt mal, ein Griffin zum Beispiel. Das siehst du Scale-mäßig, aber ich glaube sonst, wenn wir uns so in diesem 25 bis 55 Tonnen Bereich bewegen, sind die, ich hätte jetzt fast gesagt, fast alle gleich groß. Ja, also, die einen sagen so, die anderen sagen so halt. Man muss den Vergleich zu den früheren Miniaturen sehen. Also früher, die Miniaturen, die bisher erschienen sind, die waren völlig außer Proportion. Damit konntest du anhand der Optik gar nichts anfangen. Mittlerweile, mit diesen neuen Plastikmodellen, geht das in die richtige Richtung. Ich habe jetzt allerdings noch keine Wespe gesehen oder eine Hornisse im Vergleich zu irgendeinem mittleren Mech halt. Ja. Für die Clan-Mechs, mit denen ich mich ja im weitesten Sinne beschäftige, kommt das einigermaßen hin, von dem Größenverhältnis. Also die Kleinen sind immer noch zu groß vermutlich. Aber es wird deutlicher halt. Was ja aber auch ehrlich gesagt nicht schlimm ist, was wir ja in unserer letzten Folge gesagt haben, du kannst ja entweder, sag ich jetzt mal, einen Pappmarker da hinlegen oder du legst eine Münze hin oder was ausgedrucktes in 2D auf dem Standy drauf oder irgendwie sowas. Irgendwas, was dann ein Mech sein könnte, ist dann halt der Mech, so nach dem Motto. Das geht ja alles nur über diese Charakterbögen oder Datenbögen. Von daher ist ja egal. Aber ich fände es schon geil, wenn du da, also was wir bis jetzt gesehen haben, mit solchen Mechs plötzlich spielst, das ist schon eine wesentlich geilere Nummer. Ganz ehrlich, das ist schon eine geile Nummer. Ja, vor allen Dingen, wenn du dir dann anguckst, wenn dann als nächstes der Duke mit seinem Highlander um die Ecke kommt, passend mit der schottischen Flagge drauf gemalt, da merkst du ja auch schon, dass da viel, dass die Leute da viel zu zeigen haben und dass es da unglaublich viele Menschen gibt, die da eigentlich schon drin sind in dem Thema, was aber an uns einfach in den letzten Jahren so ein bisschen vorbeigegangen ist, einfach der Content-Flaute geschuldet auch so ein bisschen, weil wir sind halt nur mal Schmetterlinge und wenn dann nichts kommt, dann haben wir auch keine Blume, wo wir uns draufsetzen können. Ja. Also die Blume, auf die ich mich dann damals draufgesetzt habe für Battletech, die hat der liebe André uns hingereicht und wir sind wirklich wie die Schmetterlinge um diese Blume rumgeflogen und haben gesagt, boah, das ist toll und das ist toll und das ist toll und wir setzen uns hier hin, oh, was ist denn hier, oh, ein neuer Mech, oh, setzen wir uns hier hin. Und da hat André uns damals echt angefixt und hat uns da zu Battletech gebracht, ey. Also liebe Grüße an dieser Stelle, PC-Bär, du weißt, wir haben eine Rechnung offen, also von daher, hol schon mal raus deine Klamotten. Und Eike, Eike hier südlich von Bramsche auch, der muss auch seine Mechs bemalen. Seht zu, dass du deine Mechs bemalt kriegst, ich will hier, ich will hier Panzerplatten abballern und Arme abballern und so ein Scheiß, also seht zu, das mal eben noch mal so hier in die nähere Umgebung hier im Landkreis Osnambal quasi rausgeschautet hier. Okay, so, Phil, Hauke, dann kommt danach, kommt ein richtig geiler Mech und ich glaube, Hauke, das dürfte ungefähr so deine Art Lieblingsmech sein. Es kommt ein Katapult. Einer der ikonischsten Mechs für Battletech überhaupt mit den zwei Langstreckenraketensystemen da drauf und den finde ich sehr, sehr cool gemacht, weil wir haben ja da diese Effekte mit drauf, wie die ganzen Raketen plötzlich aus den Rohren quasi abgefeuert werden. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich nice. Das ist, das ist in der Tat Modellbau hoch, Rek. Ja, das ist geil, oder? Also sowas auf dem Spielfeld finde ich geil, wenn dann auch so Dynamik da mit reinkommt, finde ich Hammer. Ja, Obi hat weitergemacht, hat dann noch, ein Griffin müsste das sein und den anderen weiß ich gar nicht. Das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Aber auch wieder im selben Farbschema, das geht relativ zügig von der Hand, auch hier schön mit den Contrast-Farben gearbeitet, wofür diese Mechs ehrlich gesagt, glaube ich, relativ dankbar sind. Da hast du schnell Miniaturen spielfältig auf dem Tisch mit Contrast-Farben, finde ich. Definitiv. Und wenn du die ein bisschen verdünnst noch, dann hast du auch nicht das Problem mit dem Pooling so stark, beziehungsweise, dass du halt das Pooling noch relativ gut verhindern kannst, weil du hast ja schon viele glatte Platten und gerade bei glatten Platten, das habe ich auch immer wieder bei den Space Marines gemerkt, kennen die Kontrast-Farben manchmal schon Schwierigkeiten bereiten. So, Phil, und jetzt musst du mir mal sagen, Funny Sunrise mit dem Flieger, den er da gepostet hat. Ja. Was sagst du dazu? Ich dachte ja erst, dass das Freehands wären, er hat das ja dann ein bisschen relativiert, dass er da Dickels draufgeklebt hat, aber nichtsdestotrotz ist natürlich allein die Idee und die Aufmache einfach nur genial, definitiv. Also wenn du das Teil auf dem Spielfeld stehen hast, das macht echt was her, definitiv, schon für sich alleine. Also ich kann es jetzt im Vergleich nicht genau erkennen, wie groß der ist, aber das ist halt tatsächlich, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist der Bereich, wo ich anfange, Battletech richtig cool zu finden, wo es dann halt ab und weg geht, einfach nur Lanze gegen Lanze, sondern wo du halt wirklich so auch noch mal ein paar andere Fahrzeuge und ähnliches mit aufs Schlachtfeld stellst. Das finde ich persönlich noch so vom Ding her, ich habe es noch nicht gespielt, aber so vom Ding her finde ich persönlich das echt noch so mit am spannendsten, muss ich sagen. Hauke, ich weiß nicht, wie ist es mit dir? Auch lieber Null-Mechs spielen oder auch anderes Gedöns auf dem Feld? Nee, ganz im Gegenteil. Gerade das, was Sebastian auch in der letzten Folge sagte mit der Mercenary-Box, ich habe das jetzt auch mal vor einiger Zeit mal mir angeguckt, man sieht ja tatsächlich Panzerfahrzeuge und ich meine auch einen Flieger und das sieht im Hintergrund auch so aus, als ob da auch Luftkissenfahrzeuge dabei sind, wenn man das alles noch hinzuzieht. Man kann ja nicht alles immer auf einmal spielen, aber so im Großen und Ganzen, dann kriegt das Ganze so ein bisschen was von Command & Conquer und das ist glaube ich das, was einen richtig anbockt dann. Ja, da hast du nicht schon recht. Das ist ein schöner Vergleich übrigens. Auf diesen Vergleich bin ich noch gar nicht gekommen, dass man das ja auch ein bisschen so mit C&C vergleichen kann. Klar, nicht die Dynamik jetzt vom Strategiespiel her, aber so vom Look and Feel halt her. Ja, schon richtig. Ja, ich habe ein bisschen Gelände gemacht, mal so den 3D-Drucker noch mal ein bisschen beschäftigt. Das ist auch soweit fertig, also von daher, ich liebe es ja einfach mit Gelände zu spielen. Auch wenn das jetzt, sage ich jetzt einfach nur mal auf dem Spielfeld vielleicht nicht unbedingt was zu suchen hat oder sowas, wenn wir mit Hexfeldern spielen sollten oder so. Aber für sowas wie Alpha Strike zum Beispiel finde ich Gelände einfach mega gut. Auf jeden Fall. Da werde ich dann bei unserer nächsten Schlacht erstmal draufspringen. Ja, springen wir und dann würfeln wir auch aus, ob du da durchbrichst und so weiter und so fort. Ja, was sehe ich denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stockwerke, also da haben wir einiges zu besprechen dann. Ich wollte gerade sagen, musst du mit deinen Sprungdüsen erstmal hochkommen. Dann sehen wir weiter und dann sehen wir weiter. Ja. Okay, jetzt guck dir doch mal den Nerdek Painter aka Alex an. Der hat eine Battletech-Edition von 1995, das war die vierte und da waren noch Pub-Standys mit drin. Alter Falter, guck dir das an. Total cool. Also das ist auch wirklich Retro hoch 5 und zeigt, dass man auch durchaus mal ein Spiel spielen kann oder ein Kennenlern-Spiel spielen kann mit einem relativ geringen finanziellen Einsatz. So ein Regelwerk zu haben ist nie verkehrt, wenn man die Pub-Standys dabei hat, total cool. Man kann damit ohne Probleme spielen, was Sebastian ja auch sagte, kann es sofort loslegen. und gut ist. Das Ganze sieht sogar, ich finde, das sieht sogar ansprechend aus. Also das ist ja nicht irgendwelcher Schrott, sondern das sieht ja echt gut aus. Wollte ich gerade sagen. Das sind halt Standys, aber das ist halt, das sind halt Standys halt. Aber es ist ein gutes Standys halt. Und vielleicht macht es Sinn, die noch auf dem Base zu kleben. Aber gut. Oder ich glaube, da sind noch so eine komische Clips dabei, wie dem auch sein. Aber es zeigt halt auch, ein Buch, Alex könnte im Prinzip mit der vierten Edition von 1995, immerhin zwei Editionen weiter als meins von 1990, heute ohne Probleme spielen. muss ich nur Figuren kaufen ohne Standys und zockt halt mal noch. Wollte ich gerade sagen, nimm die Standys. Weil wenn du das mal anguckst, von wegen, das ist richtig dicke Pappe, doppelseitig bedruckt, von vorne, von hinten, die Mechs jeweils. Und unten drunter steht, welcher Mechs es ist. Und dann hast du, wie du vorhin sagtest, so Clipse dabei. Da kannst du die draufstecken und kannst mit loslegen. Also von daher, es funktioniert. Mega geil. Ehrlich gesagt, ich finde diese Papps denn nicht sogar geil als die damaligen PVC-Figuren. Die fand ich richtig kacke. Aber diese Dinger, die... Da war ja auch wirklich Grütze bei, ne? Also mal ganz ehrlich, ne? Ja. Also das war ja ganz, ganz, ganz viel Grütze. Okay, wir haben Ende Oktober haben wir jetzt quasi hier, machen wir einen Cut. Natürlich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, sind jetzt bis heute, 7.12., noch ganz viele andere Leute plötzlich auf unseren Discord gekommen, zum Thema Lanzenbrechen. und was diese Leute bemalt haben an den Mechs, das besprechen wir in der nächsten Folge. Also von daher, bleibt gespannt und ja, kommt mit dazu, macht mit beim Hashtag Lanzenbrechen, bemalten Mech, bemaltene Einheit, bemalten Sternen, eine Lanze, es ist total egal, kommt einfach mit dabei und kommt mit dazu, wie Phil sagte, in ein entschleunigtes Spielen, was wir natürlich nur wärmstens empfehlen können. Ich hätte noch eine andere Anregung und wer sowieso zu viel Zeit hat und es macht ja auch Sinn, sich vielleicht mal ein Buch zu kaufen. Kann ich den Leuten auch wirklich nur jeden empfehlen, kauft euch mal ein Battletech-Buch und das zu lesen, um da mal so ein bisschen reinzukommen. Es ist gar nicht verkehrt, entweder die Blut der Kerensky-Trilogie, die von Michael A. Stackpole geschrieben wurde, ist ja auch ein bekannter Autor, sehr politiklastig oder ein bisschen mehr Action haben will, quasi so ein bisschen Top Gun auf Battle Mag, der kann wirklich mit dem allerersten Buch anfangen, nämlich mit der Great Death-Trilogie und könnt ihr alle im Internet mal selbst nachgucken und so ein Buch, glaube ich, kriegt ihr für für einen Euro oder so bei Ebay und mal ein bisschen reinzukommen. Das soll es von mir gewesen sein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Wir haben, glaube ich, jetzt wieder eine bunte Folge mit ganz vielen Themen für euch zusammengestellt und wir wollten jetzt das Thema Rank & File im Prinzip jetzt mit dieser Folge einfach jetzt quasi beenden und naja, das nächste Programm habt ihr ja im Prinzip schon mitbekommen, Hashtag Glanzenbrechen mitmachen. Phil, Hauke, besten Dank fürs Schnacken und ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder. So ist es. Piwi, Phil, bis zum nächsten Mal. Jungs, es war mir wie immer eine Freude und ich wünsche euch da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Und wie Hauke immer sagt, wir vertrauen auf Dennis. Bei mir ist leider gerade die Maus gestorben. Okay, das packen wir bitte hinten in die, nach dem Outro packen wir das rein. Meine Maus ist gestorben. In die Outtakes. In die Outtakes. Das ist ganz geil. Meine Maus ist gestorben. Das finde ich ganz geil. Okay. Okay.